Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 316. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gude. Und weil der Rest der Crew entweder krankheitsbedingt, technisch bedingt oder urlaubsbedingt nicht da ist, haben wir uns einen anderen Star-Reporter geangelt. Herzlich Willkommen, Jochen Rabe von Spox. Servus und Grüße. Grüße, genau. Wenn du jetzt Grüzi sagst, dann kriegen wir hier aber direkt am Anfang Stress. Nein, 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 nein. Ja, wir wollen heute reden über Pokalspiele, die nicht stattgefunden haben, Transfers, Dummschwätzer und Empfehlungen. Äh, zuerst möchte ich aber erstmal die neuen Hörer und Hörerinnen begrüßen, die, äh, hier eingeschaltet haben. Zumindest sind unsere Download-Zahlen auch umgegangen. Das würde ich jetzt mal ganz scharf drauf zurückführen, dass es neue Hörer und Hörerinnen gibt. Herzlich Willkommen. Ähm, und auch nochmal den Hinweis, es gibt uns jetzt auch bei Spotify, also wenn ihr einer der Menschen seid, die diesen Podcast immer noch über die Webseite hören, was natürlich auch schön und gut ist. Aber vielleicht ist Spotify auch ein Weg, wo ihr da einfacher rankommt und nicht jede Woche da, äh, auf diesen Webplayer gehen müsst. Schaut's euch mal an. So, jetzt würde ich sagen, reden wir über Fußball oder genauer gesagt über den Pokal. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht so detailliert über das Pokalspiel reden. Zum einen, weil ich es nicht gesehen habe und ich nicht weiß, wie viel Basti noch an Erinnerungen hat, weil er war zumindest vor Ort in Ulm. Und, ähm, was mich so ein bisschen erschreckt hat, war diese ganzen Diskussionen, die jetzt nach diesem Supercup und diesem Pokalspiel da entstanden sind, wo jetzt schon direkt irgendwie der Abstieg herbeigeschrieben, äh, dass der Rauswurf des Trainers gefordert wird. Also, ich fand das Spiel jetzt auch, zumindest das, was ich jetzt in der Nachbetrachtung und in der, in der, ähm, in der Audioübertragung mitbekommen habe, jetzt nicht prickelnd. Aber es ist jetzt für mich nach einem höherwertigen Testspiel und nach einem, okay, Pokalspiel, aber da kannst du halt auch immer mal auf die Schnauze fallen, ist es für mich jetzt irgendwie noch nicht der Untergang der Welt. Und, Jochen, du hast dich die Woche schon auf Twitter da das ein oder andere Mal mit dem ein oder anderen auch als Nicht-Eintracht-Fan diskutativ auseinandergesetzt. Was ist so deine Meinung dazu? Ja, ich fand's wahnsinnig spannend irgendwie, wenn du irgendwie bei Twitter Hütter eingegeben hast, wie viel Hütter Raus du da gelesen hast und wir alle irgendwie schon direkt seinen Kopf fordern. Und es zieht ja noch weitere Kreise. Ich meine, wenn ich dann teilweise Artikel lese, unter anderem der Artikel im Kicker gestern, ähm, da wird ja wirklich alles schon komplett irgendwie an die Wand geschrieben. Und das, das kommt mir einfach sowas von viel zu früh. Also, wie du gerade gesagt hast, den Supercup, das ist für mich einfach ein Vorbereitungsspiel, sorry, aber den Supercup, den kannst du einfach nicht ernst nehmen. Das ist völlig Wahnsinn. Und jetzt im Pokal, ich meine, wenn jetzt gestern Dortmund nicht in der 198. Minute noch das 2-1 gemacht hätte, müsste dann Favre auch gehen, oder was? Also, ich finde das irgendwie, das ist mir zu früh und das ist für mich für euch eine riesige Gefahr gerade, weil, also ich sehe die Situation überhaupt nicht so, also noch nicht so, wie sie irgendwie letzte Saison beim FC war. Aber wenn es jetzt schon losgeht, dass fast genau drei Monate nach dem Pokalfinale teilweise schon irgendwie der Kopf des neuen Trainers gefordert wird, dass gesagt wird, boah, der Torwart kann nichts, ey Leute, der Torwart hat jetzt zwei Pflichtspiele gemacht. Jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Ich kann mich damals an Trapp erinnern und ich finde, da war auch nicht von Anfang an alles irgendwie super, weil Radetzky genauso nicht. Und jetzt mal ganz im Ernst, also das kommt mir einfach viel, viel, viel zu früh und ich weiß nicht, was die Leute für eine Erwartung hatten. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich höre auch gleich auf mit diesem Plädoyer, aber was ich mich halt frage ist, was erwarten die Leute, weil die Eintracht ist vor drei Monaten Pokalsieger geworden. Das muss man sich trotzdem immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, das ist ja die größte Sensation in diesem Wettbewerb seit Nürnberg 2007 irgendwie. Und seitdem war es ja irgendwie gefühlt so, ja gut, es hat einmal Schalke gemacht, ansonsten Bayern Dortmund und dann halt das eine Mal Wolfsburg. Aber irgendwie, hey, die Eintracht ist Pokalsieger geworden. Wer hätte das denn vor einem Jahr gedacht? Und jetzt drei Monate später ist wieder alles beschissen und der Trainer soll rausfliegen. Klar, es ist ein anderer Trainer, aber trotzdem. Also mir geht das zu schnell. Und da war ich ehrlich gesagt sehr überrascht. Deswegen habe ich mich zu diesem Tweet irgendwie genötigt gefühlt. Also sorry für alle, die da jetzt irgendwie das anders sehen, aber ich war da wirklich richtig schockiert. Basti? Ja, ich finde es eine ganz schwierige Situation, weil bei der Jochen hat es eben in einem Halbsatz gesagt, wenn die Stimmung jetzt schon so ist, dann ist es echt gefährlich, weil wir nicht sicher sein können, dass das jetzt schnell besser wird. Und davor habe ich am meisten Angst. Also ich bin weit weg von dieser Panik, die jeder gerade hat und die finde ich auch echt unfair und unberechtigt allen neun gegenüber. Nicht nur dem Trainer, auch Toro, auch Geraldes, alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Also wie die jetzt schon runtergeschrieben werden, das finde ich echt krass. Das hat mich teilweise schockiert. Ich kriege das aber auch in meinem Freundeskreis, im Umfeld, du kriegst eure sozialen Medien mit und draußen und auch ein paar Leute, die in Ulm waren. Du hast wirklich schon so eine Stimmung vom Wegen. Ja, wie gesagt, es gab die ersten, die gesagt haben, Trainer raus, Hütter wurde sogar mit Heinke verglichen, Leute. Ganz ehrlich, da müsst ihr euch wirklich beruhigen. Natürlich kann keiner, der jetzt die Leute beruhigen will, garantieren, dass das eine erfolgreiche Saison wird. Aber was jetzt so, dass jetzt so getan wird, dass wenn die Eintracht Abstiegskandidat Nummer 1 ist, das finde ich, kann man einfach noch nicht seriös beurteilen. Sowohl nicht in die positive als auch nicht in die negative Richtung. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht glaubwürdig hinsetzen und sagen, Leute, beruhigt euch, das wird alles super. Nein, das wäre ja auch Quatsch. Das fühle ich nämlich auch nicht. Ich fühle, dass es eine schwierige Saison wird. Aber ich würde es nicht an den Faktoren festmachen, an denen es jetzt die meisten Leute machen, sondern die Faktoren kommen erst noch. Wenn wir sehen, okay, die ersten fünf Spiele gehen Baden, Hütter, keine Ahnung, macht Fehler in der Kommunikation nach Niederlagen, Bobic und du merkst irgendwie im Umfeld stimmt die Abstimmung nicht. Dann würde ich auch sagen, boah, das wird eine ganz knackige Saison. Aber dass Leute, das hat ja schon vor dem Ulm-Spiel angefangen, dass Leute wirklich sagen, boah, Renault muss raus und bla bla, trapp und dies und das, das sind vielleicht verständliche Ängste. Aber das hat, finde ich, eine Intensität angenommen, die ist nicht gesund, weil plötzlich fährt die Eintracht nach Freiburg. Erste Saisonspiel, erstes, 800 Ausrufezeichen, das erste Saisonspiel und du hast das Gefühl, wenn die da jetzt nicht gewinnen, kippt die Stimmung. Also, das ist doch nicht der siebte Spieltag, wo du fünf Spiele verloren hast von den ersten sechs. Das ist das erste fucking Auswärtsspiel mit einem neuen Trainer, der noch nicht lange das Personal zusammen hat, was er benötigt. Also, ich würde den Trainer bei der Kritik fast schon rausnehmen, weil seine Arbeit kann man momentan noch gar nicht seriös bewerten. Ich werde der Erste, der dabei ist, wenn mir irgendwas auffällt, was mir nicht passt. Und ich habe ja auch schon was gesagt. Ich habe ja gesagt, dass diese Aussagen von wegen, dass er so diese Verwissenschaftlichung von Kovac oder mit Yoga und mit CK-Werten bei der Verletzungsprävention, dass er das alles wieder abgeschafft hat, das hat mir auch nicht gepasst. Aber wer bin ich denn, um mich wegen so einer Information hinzustellen zu sagen, boah, raus mit dem. Wer bin ich denn, mich hinzustellen nach einer Pokal-Blamage, die wir auch unter anderen Trainern erlebt haben, 3-0 in Aue, da war es noch wärmer. Aber wer bin ich denn jetzt schon zu kritisieren? Ich bin der Erste, der dabei ist nach der Hinserie und sagt, boah, das war echt ein Griff ins Klo. Ich war auch, ich erinnere nochmal daran, ich war auch nicht begeistert, als er statt Bilic kam. Ich habe gesagt, ich bin ambivalent. Ich kann es gar nicht einschätzen und lasse mich überraschen und gebe ihm alle Zeit der Welt. Dabei bleibe ich. Nichtsdestotrotz müssen wir gleich natürlich nochmal auf Dinge zu sprechen kommen, wo die Verantwortlichen auch wirklich Fehler gemacht haben. Da gibt es welche, die kannst du auch klar benennen, aber ich weiß nicht, ob die so eine Riesenwelle rechtfertigen, wie es ich gerade gefühlt mitbekomme. Grüße. Was ich halt wirklich am schockierendsten daran finde, ist wirklich das, was du gesagt hast. Vor dem ersten Spieltag droht die Stimmung zu kippen und ich habe mir jetzt die Tage erst wieder eure Sendung nach dem Pokalfinale angeguckt, wo ihr alle irgendwie unisono sagt, ja, ganz im Ernst, das trägt uns jetzt irgendwie mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr und die Frustrationsresistenz ist dadurch jetzt so riesig, weil wir hatten jetzt diesen Erfolg und jetzt ist das drei Monate später schon weg. Das finde ich schockierend. Natürlich kann ich da von außen schlau daherreden. Ich bin ja nicht ihr von eurer Emotion. Da kann ich schlau daherreden. Ich finde es als Außenstehender halt irgendwie, hui, da geht meine Augenbraue nach oben, sage ich mal. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie die Frustrationstoleranz deswegen weg ist, sondern meiner Meinung nach hat dieser Pokalsieg so ein bisschen den Kompass verloren. Basti hat gerade eben die Frage aufgeworfen oder hat gesagt von wegen, wenn die Saison nicht erfolgreich ist, wir müssen auch mal darüber nachdenken, wann ist denn eine Saison für die Frankfurter Eintracht erfolgreich? Wir sind keine Meistermannschaft. Wir spielen nicht jedes Jahr in dem Pokalfinale, auch wenn wir es zwei Jahre hintereinander geschafft haben. Die Bundesliga letztes Jahr war einfach grottenschlecht und wir haben weit, weit über unserem Limit gespielt. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber die erfolgreiche Saison wird nicht sein, dass wir am Ende auf Platz vier landen, sondern dass wir irgendwo zwischen Platz sechs und zwölf landen. Und dann ist das für uns eine erfolgreiche Saison und wir befinden uns auch in einer Umbruch-Saison. Also da können wir jetzt auch nicht erwarten, dass wir jetzt hier irgendwie in jedem Spiel die Sterne vom Himmel spielen. Gut, aber wir sollten trotzdem, das muss man auch mal festhalten, wir sollten auch nicht in Ulm ausscheiden. Punkt, ausfällig. Egal, ob viele Spieler von der WM kommen, egal, ob der Trainer neu ist. Und dass ein Trainer, ich würde es trotzdem von Hütter verlangen, dass er trotz allen Widrigkeiten, trotz aller schleppende Kaderplanung und Trainingsgruppe 2 und allen Geräuschen, musst du aus dem Material, was er da zur Verfügung hat, eine Mannschaft basteln können mit so viel Erfahrung als Trainer, dass die bei einem Regionalligisten gewinnt. Punkt, aus, fertig. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ja nicht nur Hütter an sich, sondern das Gleiche würde ich von der Mannschaft auch verlangen. Ja, da steht Qualität auf dem Platz, die erstmal per Definition vier Ligen über der Qualität der anderen ist. Ja, und klar können die einen vielleicht mit Einsatz irgendwie noch punkten, aber trotzdem musst du die, wenn vielleicht auch nicht 5-0, aber mal mindestens mit einem 1-0 für dich entscheidend da irgendwie im Zaum halten. So, das hat halt einfach nicht funktioniert. Und das ist nicht nur Trainer, sondern das ist auch Mannschaft und das Ganze drumherum. Das hätte nicht passieren sollen, ist es jetzt aber. Ja, aber was man da jetzt auch nicht ausklammern darf in diesem, den Trainer kann man noch nicht bewerten. Man kann auch die Mannschaft noch nicht bewerten. Ganz im Ernst, die ganz großen Eckpfeiler, die euch zum Pokalsieg und zu dieser in der Bundesliga starken Saison gebracht haben, waren der Prinz, waren Radetzky, waren Rebic, waren Wolf. Ich meine, Rebic ist noch nicht da, die anderen sind weg. Und du hast im Prinzip, klar, du hast noch Abraham, du hast noch Asebe, alles schön und gut. Aber ich meine, Basti hat nicht umsonst seine No-Rebic-No-Party-Kampagne anstatt gebracht. Lasst uns doch, oder was heißt lasst uns, ihr müsst da vielleicht auch, ja, das ist wie gesagt auch wieder so von außen ein bisschen dumm daher gelabert. Und da kann ich irgendwie das Maul aufreißen. Aber vielleicht muss man auch einfach jetzt mal abwarten, bis sich die Mannschaft wieder neu findet. Weil ich glaube, so einen Einfluss vom Prinz zum Beispiel kann man nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der zweite Punkt, den ich da sehe, dass einfach die Hauptidentifikationsfiguren des letzten Jahres, die uns da einfach über die Saison getragen haben, weg sind. Und wir halt zwar vielleicht spielerisch für die Zukunft gerichtet neue Spieler da haben, die aber nicht diese Identifikationsplätze besetzen können. Und Renault ist wahrscheinlich ein guter Torwart, ist aber nicht der gleiche Charakter wie in Radecki. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch da für viele einfach jetzt schwierig sein, diesen Anknüpfungspunkt zu finden. Und ich glaube, selbst wenn beispielsweise euer Wunschspieler Nuri Sahin schon da wäre, wäre er jetzt noch nicht an dem Status, an dem der Prinz am Ende der Saison war. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der müsste sich auch erstmal da reinziehen. Wäre wahrscheinlich auch nicht an dem Punkt, wo der Prinz am Anfang der Saison war. Ja. Ja. Ja, und das ist der Faktor. Für mich ist trotzdem der Faktor, dass es Dinge gibt, die man benennen muss. Zu sagen, okay, ich habe es auch nicht verstanden, dass Kostic dann jetzt erst kommt. Gut, vielleicht ist es Puckerei und ich stecke ja auch nicht da drin. Aber wenn Hütter mir, wenn er öffentlich sagt, er will Blam 4-4-2 spielen, dann hat er die Spieler dafür nicht gehabt. Dann Müller hatte sich verletzt, Rebic war auch lange unsicher. Das sind aber vielleicht Unwägbarkeiten, die man in Kauf nehmen muss und dann muss man diese Kröte schlucken, die jetzt da ist. Und wer weiß, wofür die Unruhe auch gut ist. Ich will die gar nicht so sehr verurteilen, weil vielleicht ist es auch so ein kleiner Wachhüttler lieber jetzt schon in Stress, als dass der so schleppend sich in die Hinrunde reinträgt und du immer mal ein bisschen gewinnst und dies und das. Sondern dass jetzt vielleicht mal, selbst wenn eine Frage zu viel gestellt wird, aber dass das Bewusstsein da ist und die Verantwortlichen damit konfrontiert sind, weil das müssen die ja auch kennen. Gerade in Bobic muss das kennen, wo hat der schon überall gearbeitet in Stuttgart. Da geht es ja sogar noch schneller los als hier. Das ist, aber die müssen halt die richtigen Antworten finden, aber noch ist die Zeit, um die zu finden. Wenn wir jetzt, selbst wenn wir nach dem Freiburg-Spiel noch irgendjemanden holen und meiner Meinung nach müssten wir das trotzdem jemanden holen, ja, an dem Spieler sich vielleicht aufrichten können, weil den sehe ich noch nicht. Aber selbst wenn wir den nicht holen, sagen wir mal, Kostic war der letzte Transfer, dann ist das ein Kader, mit dem du nicht absteigen musst, mit dem du einigermaßen die Euroleague bestreiten kannst. Das unglücklich, was wir halt wirklich haben und die Situation, dafür kann Hütte am allerwenigsten, ist, dass wir einen neuen Trainer haben, der eigentlich in eine Situation reinkommt, die echt schwierig ist. Weil du hast diesen totalen Umbruch, du verlierst viele Leistungsträger, du hast diesen Riesenerfolg, was auch nochmal dazu führt, das passiert ja selbst Bayern, wenn die die Champions League gewinnt, das passiert fast jeden Champions Leagueisten außer Real Madrid, dass du so ein bisschen, wenn so dieser Riesenerfolg da ist danach, so ein bisschen erstmal durchatmest und das heißt ja nicht umsonst, im Erfolg machst du die größten Fehler, drei Euro beteilig ich gerne bald, das kommt dazu, dann hast du bei der Eintracht eine angespannte finanzielle Situation, die die Fans meiner Meinung nach auch unterschätzt haben. Ich glaube, alle Fans sagen, warum kaufen wir denn keinen? Ja Leute, von was denn? Also wir haben 5 Millionen für Salcedo ausgegeben, wir haben die erste Rate von Jovic für 6 bezahlt, das sind schon mal 11 Millionen Euro, die schon mal weg sind. Was man kritisieren kann, was auch in die Kritik sich mischt ist, dass du dann den Bärenanteil von den Transferausgaben in Leute investierst, wo immer so 5, 3, 4 Millionen für Leute, die scheinbar nicht direkt helfen können. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe und den könnte man aber noch ausgleichen, wenn man jetzt einen holt, der das eben ist und den ersten hat man ja schon geholt. Ich glaube, Kostic wird nicht lange brauchen, der war nicht so lange wie Rebic bei der WM. Ich glaube, wenn ein funktionierendes Gebilde, und da mache ich schon wieder die nächste Angstklammer auf, wenn ein funktionierendes Gebilde kommt, dann ist Kostic ein Spieler, der dir echt helfen kann. Aber er ist, glaube ich, trotzdem keiner, der derjenige ist, der das auch rumreißt. Also der sagt, ich bin jetzt hier der neue Prince und auf geht's. Sondern ich glaube, wenn das Spielsystem funktioniert, kann die Flügelzange Rebic-Kostic überragend sein, Halerjovic vorne, ein paar Cent sind hinten dran. Das ist schon geil. Das Problem ist, ich glaube, dieser Hütter-Fußball unterscheidet sich trotzdem sehr von dem, den Kovac gespielt hat, der sehr viel über Mentalität war. Ja, definitiv. Und da kommen wir jetzt in eine Phase, wo es wirklich interessant ist. Inwieweit kann Hütter seine mangelnde Ausstrahlung, wie ich jetzt sage, ich jetzt einfach mal so, so wirkt es auf mich, seine mangelnde Ausstrahlung ausgleichen dadurch, dass er einfach stringent und gegen jede Kritik und mit Unterstützung vom Vorstand sein Spielsystem durchbringt und du das vielleicht nach sieben, acht Spielen erkennst und dann funktioniert es, weil, und letzte Bemerkung dazu, weil als er bei Young Boys Bam war, glaube ich, angefangen hat, ist er in der Quali ausgeschieden, dann hat er die ersten vier Ligaspiele verloren und dann wurde es langsam. Und ich betone, Leute, jedem Angsthasen da draußen, langsam. Das wird nicht jetzt gleich funktionieren. Langsam. Und das ist das, worauf ich in den nächsten Wochen mal ein Augenmerk setzen würde, dass es stetigen Fortschritt gibt, egal ob der am Anfang langsamer kommt, als ich als Fan und mit meinen Emotionen mir das wünschen würde, um dann zu gucken. Wenn ich aber natürlich eine Mannschaft sehe, die sich komplett aufgibt, dann ist es nochmal ein anderer Ansatzpunkt für Kritik. Aber ich glaube, dass wir die Kröte fressen müssen, dass es dauern wird, bis das System von Hütter greift. Aldi, weil er auch Spieler, und das ist eine kleine Kritik an den Verantwortlichen, Spieler hat die eben nicht sofort helfen, aber die Kritik an den Verantwortlichen muss ich auch wieder ein bisschen rausnehmen, weil wir halt auch nicht das Geld haben. Und das ist das, da kommt das wieder ins Spiel rein, was du gesagt hast. Wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, wir sind nicht Gladbach, wir können nicht für 25 Millionen einen Player holen, das geht halt nicht. Deswegen müssen wir Leute holen, wie ein Dicker, wo du denkst, okay, vielleicht hilft er uns in einem halben Jahr, ein Jahr, weil er ist 19 Jahre alt, und so weiter und so fort, und vielleicht ist Geraldo es einer, eine Wette 50-50, kostet nicht viel, genau wie Alan. Und ich will zu Alan nochmal was sagen, weil bei dem höre ich auch viel Kritik, der Junge kostet uns keinen einzigen Cent, nicht mal Gehalt. Weil immer wieder Leute sagen, warum kommt dann der nicht Stendera? Wahrscheinlich, weil Stendera sehr, sehr viel mehr Geld verdient, und man von Stendera hört, dass er nicht der allerprofessionellste ist. So, das war mein Take dazu, jetzt habe ich mich schon wieder in Rage gerichtet. Grüße, nach draußen. Ja, macht ja nichts. Wenn ich irgendwann die Schnauze einhalten soll, spielt es einfach irgendwas ein. Ja, kann ja auch. Da muss ich aber sagen, das fand ich durchaus so ein bisschen komisch, diese ganze Kommunikation, die dann nach außen stattfindet. Also ich gebe dir vollkommen recht bei dem Punkt mit, Hütte hat sein eigenes System, das dauert ein bisschen, bis sich das etabliert hat. Die Mannschaft hat, der Teil der Letzte, ist da, ja, da war ein ganz anderes Spielsystem gehabt, einen ganz anderen Coach, eine ganz andere Herangehensweise. Das muss jetzt alles erstmal aus den Köpfen wieder raus, das muss wieder rein, das dauert seine Zeit und das wird auch sicherlich so ein paar Schwierigkeiten am Anfang bringen. Was ich so ein bisschen komisch in der Kommunikation nach außen fand, war so diese, diese Kaskade, die da gelaufen ist, mit, von wegen Hütter sagt, wir brauchen irgendwie mehr Breite im Kader, dann stellt sich ein Bobic hin und sagt, ja, wir haben nicht in die Breite, sondern in die Zukunft investiert. Und ich sage, ja, aber wenn der Trainer sagt, wir brauchen, dann passt das zusammen. Und als nächstes stellt er sich dann hin von wegen, ja, wir reduzieren den Kader auf 23 Leute. Ich sage, ja, aber wo ist dann jetzt bitte die Breite? Weil dann spielst du verdammt viele Spiele immer mit denselben 15, 16 und der Rest ist so, ja, Steigbügelhalter, aber, also das fand ich so ein bisschen unglücklich und ich glaube, das hat halt auch bei vielen eben mit dieser mangelnden Identifikation gerade so ein bisschen, ja, also ich will es jetzt nicht Pulverfass nennen, aber es ist irgendwie so ein bisschen angezündelt. Es wirkt zumindest von der Kommunikation, wirkt es zumindest so, als müssten sich irgendwie Bobic und Hütter auch noch irgendwie aufeinander einstellen. Weil irgendwie wirkt das jetzt gerade, wie du sagst, nicht so richtig, als würden die jetzt so an einem Strang ziehen, was so die Verpflichtungen und so weiter angeht. Ja, für mich wirkt sogar so ein bisschen so, als wenn du diese Diskussion jetzt gerade absichtlich so ein Stück weit nach außen verlagerst, weil du irgendwie intern damit nicht weiterkommst. Ja, und das Symptom davon und das finde ich echt blöd und das irritiert mich, weil ich das, also das finde ich auch eine unpopuläre Masse, will ich es jetzt mal ausdrücken, diese Trainingsgruppe 2, das finde ich nicht gut. Und wenn man hört, dass das auch unter den Spielern teilweise nicht so gut ankommt, das kann ich auch verstehen. Wenn du jetzt einen Kollegen hast und denkst, ja der kickt ganz gut und Fabian muss sich in der Vorbereitung echt reingehauen haben und dann bist du Salz Hede und denkst, ja was geht denn jetzt ab? Also das sind einfach mannschaftsinterne Vorgänge, die kennt jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, wenn dein Kumpel plötzlich irgendwie nicht spielt und du denkst, ey, da ist alles andere, was ist los? Und das halte ich ja für gefährlich. Ich halte trotzdem solche Sachen für gefährlich. Die Trainingsgruppe 2 ist von allen Beteiligten, Trainer in Zusammenarbeit mit dem Management. Das ist ein Fehlereingeständnis von allen, weil sowas würde ja sonst nicht entstehen. Dann sind die halt einfach zu naiv da rangegangen, wie schnell die ihre Spieler loswerden können, die teilweise mit dicken Verträgen ausgestattet sind. Ich kann jeden, und da will ich auch mal sagen, ich kann Stendera, Herr Goethe und Fabian verstehen, nur weil die Eintracht jetzt sagt, ach, wir brauchen euch doch nicht, dass die dann sagen, ja dann verzicht doch schnell auf Geld und hau schnell ab. Nö, wieso denn? Wenn ich jetzt irgendwo arbeite und plötzlich passt mein Chef, man arbeitet nicht mehr, ich habe aber ein dickes Gehalt und der erwartet jetzt von mir, dass ich aus, keine Ahnung, aus idealistischen Gründen irgendwo anders hingehe, wo ich die Hälfte verdiene und wieso soll ich denn? Sag ich, nö, dann musst du mir erst mal ein Angebot machen, warum ich abhauen soll. Also das kann ich gar nicht verstehen, weil die Eintracht hat diese Verträge auch mit unterschrieben und man kann nicht immer nur auf die Spieler schimpfen, wenn die dann wechseln, wenn die geil sind und plötzlich willst du, dass die wechseln und dann bleiben die, da kannst du auch nicht mehr kann. Also das ist einfach, und das ist für mich das, was mich am meisten irritiert, ist diese Trainingsgruppe 2 und in Kombination mit dem, was du gesagt hast, René, zu denken, ja, wir spielen doch europäisch, was willst du mit 20 Spielern? Also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, aber auch das müssen wir akzeptieren im Sinne von, okay, das gehört vielleicht zu Hütters, wie will ich es nennen, Arbeitsweise, die seiner Meinung nach vielleicht dazu führt, dass sich eine Mannschaft schneller zusammenfindet und schneller einspielt, wenn er mit kleinen Gruppen trainiert und wenn das am Ende zum Erfolg führt, dann bin ich auch bereit, es zu akzeptieren. Das sind halt alles Sachen, die können wir nicht bewerten. Es kann natürlich sein, dass sie nach dem 10. Spieltag sagen, ach du liebe Zeit, was ist denn das für ein komischer Trainer, hoffentlich Feuerpoblsch dem bald wieder. Das kann ja sein. Kennen wir ja alles. Und da muss ich ganz ehrlich die Frage stellen und da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, den Marvin vorletzte Woche oder war es letzte Woche, ich weiß es gerade nicht mehr, war glaube ich vorletzte Woche angesprochen, hat nämlich die Frage mit diesem Thema, mit Vereinsberichterstattern, Medien, tralala. Warum, wenn du diesen neuen Trainer hast, der ein sehr anderes Spielsystem hat und der aus guten Gründen und aus seiner Strategie heraus vielleicht diese Trainingsgruppe 2 macht und irgendwie den Kader auf 23 Leute und wie und was und wo, warum nutzt du nicht dieses Medium, um eben genau diese Dinge, die eben für diese Fragen sorgen, zu beantworten? Du musst ja nicht wirklich ins Detail gehen und die Taktik oder die Spielstrategie irgendwie verraten, aber genau solche Dinge kannst du ja da erläutern. Stattdessen machst du eine Minute Clips mit einem neuen Spieler mit drei Fragen, wo du sagst, naja, aber die hättest du auch jetzt durch irgendwie die ersten drei Fragen vom Sonntagskreuzworträtsel in der Welt ersetzen können. Das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht in der Qualität und in den Antworten, die da gegeben worden sind. Also es gäbe ja Möglichkeiten, das irgendwie zu beseitigen. Ja, ja, da stimme ich dir zu. Also das, das ist mit Sicherheit nicht nur die Schuld von den Zeitungen, von den Fans und vom Umfeld, das jetzt Unruhe rein ist. Da haben die Verantwortlichen natürlich ihren Beitrag dazu geleistet, dass du es tatsächlich schaffst, von diesem Pokalsiegerrausch so schnell in so eine angespannte Stimmung zu kommen. Das kommt trotzdem nicht nur, weil irgendwelche Leute zu Hause sitzen, die frustriert sind. Das hat auch Gründe. Ich bin trotzdem noch nicht so weit zu gehen, zu sagen, okay, hier ist alles am Arsch, sondern ich bewahre mir meine Zuversicht und ich bewahre mir auch meine Zuversicht, was Spieler wie Thoreau betrifft. Von Mascarell hieß es am Anfang auch, Gott, oh Gott, der spielt nur Querpässe, der spielt nur nach hinten, der ist voll lahm und was soll der uns helfen? Am Ende waren wir froh, als er wenigstens Paar Spiele in der Saison gemacht hat, weil er uns echt geholfen hat. Das ist ja so, als Boateng gekommen ist, da war, Marvin und ich waren, glaube ich, die Einzigen, die sagten, boah, geil. Der Rest hat gesagt, ach, du liebe Zeit, jetzt holt man sich diesen Quertreiber hier ins Haus, der hat bei Schalke schon nichts gerissen und ist dann abgehauen und Kostic, mit dem steigt die sowieso ab, grüßt dann an die ganzen Leute, die die lustigen Memes da verteilen. Ich wollte gerade fragen, wie oft ist Kostic schon abgestiegen, Bastel? Alle zwei Jahre, deswegen steigt die jetzt im zweiten Jahr ab, ha, 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 halt's Maul. Und dann, und dann, Kostic eilt genau dieser Ruf voraus und das ist doch, aber genau das, was Kovac gemacht hat. Der hat solche Spieler, die woanders vielleicht nicht funktioniert haben, einfach in die Hand genommen. Dazu gehört auch mittlerweile Ante Rebic, wie oft der Marvin und ich hier ausgelacht wurden, als wir den schon von ganz am Anfang gefeiert haben, weil er irgendwas Besonderes hatte, als jeder noch gesagt hat, ja, der ist auch gescheitert in Florenz, Leipzig, bla bla bla. Das hat auch seine Zeit gebraucht und vielleicht braucht Kostic auch Zeit. Natürlich teile ich aber die Angst vor den Nörglern, dass wir die vielleicht nicht haben, weil Hütter, das muss man leider auch sagen, nicht diese beruhigende und charismatische Aura hat wie Kovac. Genau das gleiche wollte ich gerade auch sagen, dass irgendwie Kostic wirkte für mich irgendwie so im, schon als diese ganzen Gerüchte aufkamen, habe ich immer gedacht, ja, cool, das ist irgendwie der Eintracht-Spieler, der passt da perfekt rein und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, aber Kovac ist nicht mehr da, ist das vielleicht auch so ein perfekter Kovac-Spieler, also man denkt irgendwie so, und das ist es ja. Wäre das der Eintracht-Transfer gewesen, wo man sich gedacht hätte, ja, Kovac kriegt den hin, aber bei Hütter kann man das einfach ehrlich gesagt noch nicht seriös beantworten, ob der das auch hinbekommt. Genau, weil es kann ja auch sein, dass Hütter auf einem anderen Spielertyp steht, es gibt ja auch Trainer, die stehen auf diese Spielertypen, wie soll ich es nennen, eher so die Soldaten, die die Fresse halten, aber genau das machen, was er sagt. Tuchel ist ja auch so einer, der sagt, ey, mach das, und selbst Klopp war am Anfang so einer, der lieber Spieler haben wollte, die genau auf das hören, was er sagt, anstatt so ein bisschen quertreiberisch zu sein, weil die dann halt das System umsetzen. Naja, wobei Tuchel ja durchaus auch mit Aubameyang oder Mkhitaryan sehr gut ist. Ja klar, wenn die Qualität so hoch ist, machst du das schon, aber ich meinte nur, was ich eigentlich ausdrücken wollte, war, dass du einfach, wie gesagt, und was der Jochen gesagt hat, ist genau mein Gedanke gewesen, es kann sein, dass Kostic im letzten Jahr der perfekte Transfer gewesen ist, für dieses Jahr genau das Falsche, der Falsche, das wissen wir aber nicht. Vielleicht ist Hütter auch ein geiler Typ und wir wissen es nicht, weil er es halt nicht so nach außen trägt. Und diese, und ich wollte mir auch mal was sagen, bei Kovac, ich fand den auch immer geil. Wir haben dieses Team Kovac ja hier ins Leben gerufen, erst aus Verzweiflung, aber dann auch aus Überzeugung. Es hat irgendwie, naja, hat so ein bisschen gestimmt, unser Gefühl. Ich habe bei Hütter leider noch keins, aber das heißt ja nichts. Nur, weil es gibt ja auch Leute, keine Ahnung, Arbeitskollegen, mit denen du eigentlich nie was zu tun hattest, plötzlich ist eine Weihnachtsfeier, der Typ trinkt mit dir und dann denkst du, boah, der ist ein voller geiler Typ. Das kann auch sein. Vielleicht schiebe ich euch irgendwann Bilder aus dem Moseleck mit Adi Hütter und sage, er ist der Beste. Im Hintergrund ein weinender Armin Fee. Ja, aber ich meine, da muss man jetzt halt auch, da kommen wir wieder auf den Punkt von vorhin, was haben wir denn bislang an offiziellen Spielen gesehen? Das Testspiel, den Pokal, wir haben noch kein einziges Ligaspiel gesehen. Die Spieler sind neu, der Trainer ist neu, da waren jetzt viele Trainingslager, viele neue Dinge, die du irgendwie hinkriegen musst. Wir können es noch nicht seriös beurteilen. Dann sollten wir auch nicht anfangen, das zu tun und zu sagen, da wird jetzt irgendwie alles schlecht, weil wir wissen es nicht. Lasst uns mal die ersten fünf Spiele, wo ja auch wieder diese komische Blubber-Quatsch-Länder-Spiel-Qualifikation, das hast du ja nicht gesehen, scheißen Dreck-Pause drin ist, einfach mal gucken und dann weiß man vielleicht auch schon, in welche Richtung das geht. Und wenn da halt wirklich nur Mist dabei ist, okay, dann haben wir ein Problem, dann können wir neu reden, aber bis dahin, Klappe halten. Ja, mal abgesehen davon geht es mir auch immer viel zu schnell, Spieler zu verurteilen, weil man ja auch nie vergessen darf, das klingt jetzt auch wieder so altklug, aber die Spieler sind nun mal auch Menschen und müssen sich erst an das neue Umfeld gewöhnen, gerade wenn das eben so Leute, die immer bunt aus allen möglichen Nationalitäten zusammengewürfelt sind. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass so ein Geraldis, der ist halt noch nicht 35 und hat schon in sieben verschiedenen Ligen gespielt und man muss den Leuten auch mal die Zeit geben, sich vielleicht in Frankfurt einzugewöhnen, sich an die Stadt zu gewöhnen und halt auch an den neuen Verein. Natürlich geht es unter dem Strich darum, wenn die ein guter Kicker sind, können die überall kicken, aber das ist mir zu sehr Stammtisch-Parole, weil man darf einfach nicht vergessen, dass die sich auch als Mensch erst mal daran gewöhnen müssen und wie ihr sagt, so ein Mascarell oder auch ein Radetzky, die waren alle nicht ab dem ersten Spiel die besten Spieler der Welt sozusagen, aber die haben am Ende den Pokalsieg geholt. Und also deswegen jetzt mal ganz im Ernst, auch wenn jetzt gegen Freiburg das schief gehen sollte, ist die Eintracht noch nicht als 18. mit 15 Punkten abgestiegen. Und das ist genau das. An deiner Aufzählung ist mir zum Beispiel auch noch der Gussenmann aufgefallen. Als der seine ersten Spiele gemacht hat, hat jeder gesagt, boah, schick den weg. Irgendwann waren wir froh, dass er da war. Und das ist es ja. Natürlich kann Toro der nächste Flumme werden, das wissen wir aber noch nicht. Und das ist das, was mich nervt. Diese Beurteilung einfach up front. Und wie ihr es gesagt habt, es gibt viele Spieler, die noch Zeit brauchen. Und wir sind, glaube ich, hier vom Atrapodcast die Letzten, die dazu neigen, Sachen schönzureden. Also von daher bitte ich einfach alle Leute, sich ein bisschen zu beruhigen und einfach mal zu gucken, was da kommt. Und ich kann jedem trotzdem mit der vorgehaltenen Hand sagen, ich habe auch Angst. Aber meine Güte. Aber wer, also diese Angst, das kennt man ja wohl als Eintracht-Fan. Ich bin über diese Verwunderung von den Leuten auch ein bisschen überrascht, die plötzlich sagen, jetzt ist hier alles im Arsch und tun damit so, als wäre hier jahrelang alles in Ordnung gewesen. Also eigentlich ändert sich doch für den Eintracht-Fan gar nichts. Das ist eigentlich so wie immer. Wir haben immer Schiss, was passiert. Wir können von Platz, nicht umsonst haben die letzten zwei Jahre in unserer Saisonprognose gesagt, ey Leute, von Platz 6 bis 16 ist alles drin. Und war es ja auch. Meistens Hinrunde Platz 4, Rückrunde Platz 14. So war es ja auch. Die Saisons unter Kovac darf man auch nicht so krass glorifizieren. Also eigentlich ändert sich für uns nichts, außer, dass wir meiner Meinung nach, wenn ich das über einen längeren Zeitraum betrachte, trotzdem qualitätsvollere Spiele haben als früher. Und Transfers tätigen wie ein Jovic und einfach mal die Ausstiegsklausel von 12 Minuten ziehen. Und Jovic ist ein Stürmer, der wird wahrscheinlich ein sehr guter, zumindest ein überragender Bundesliga-Stürmer. Wenn nicht, keine Ahnung, vielleicht auch nach England oder so. Und selbst ein Haller, der jetzt auch schon wieder irgendwie geflamed wird. Selbst der, wenn der Mann im richtigen System spielt, hat auch Qualitäten, die nicht so viele Stürmer haben. Also das sind alles Spieler, das ist mir tausendmal lieber, als mir einen Idrisou oder einen Rob Friend anzuschauen. Und keine Ahnung. Und jetzt haben wir einfach mal so en passant Nikolaj Müller und Philipp Kostic geholt. Das sind Spieler vor drei Jahren, hätten wir uns das noch nicht leisten können. Warum? Weil der HSV mehr Geld zahlt als wir. Punkt. Grüße an den HSV. Nach da unten. Man soll doch nicht... Ja, und es ist... Und es ist ja, wie gesagt, auch wirklich eine Frage der Anspruchshaltung. Also ich glaube, man muss jetzt auch durchaus mal gucken auf die letzten Jahre. Die Mannschaften, die immer quasi überraschend in den Europapokal gekommen sind, haben immer Probleme gekriegt. Und natürlich ist der FC da der Extremfall. Und bei der Eintracht wird es sicherlich nicht so, oder wahrscheinlich nicht so laufen wie beim FC. Aber, also ich glaube, wenn die Eintracht am Ende 13. wird, dann darf niemand verwundert sein. Weil ich glaube, das ist durchaus im Bereich des Möglichen und meiner Meinung nach wahrscheinlicher, als dass die Eintracht jetzt Zweiter wird. Also... Ja, das war ja das, was ich meinte mit von wegen, wann ist die Saison denn erfolgreich. Klar wäre es schön gewesen, wenn wir im Pokal da jetzt irgendwie ein bisschen weitergekommen wären. Aber sind wir mal realistisch, wenn wir ein paar schöne Spiele in Europa haben, vielleicht mit viel Glück sogar irgendwie über diese Gruppenphase noch drüber hinwegkommen und ansonsten eine solide Saison abliefern, wo wir auf einem schönen Mittelfeldplatz landen, die Spieler sich wirklich da irgendwie eingrooven, wir sehen, da wird ein guter Fußball gespielt, dann ist doch alles okay. Also was wollen wir denn? Wir sind kein Meisteranwärter und wir wollen bitte kein Absteiger sein. Aber irgendwo dazwischen, so schön in der Mitte sitzen, mit einem breiten Grinsen und einem Bier in der Hand, ist doch alles gut. Mal abgesehen davon hat, dürfte euch Freiburg gestern auch nicht unbedingt Angst gemacht haben, würde ich mal behaupten. In Freiburg macht mir nix Angst. Doch, in Freiburg haben wir immer schlecht ausgesehen, da ist auch fast egal, wer das spielt, das ist halt einfach so. Aber das ist ja genau das. Es ist einfach, wir wissen es nicht, wir müssen gucken. Wir sind ja auch, wir haben es ja auch die letzten Jahre gesagt, wo es teilweise gut für uns gelaufen ist. Das ist halt auch nicht immer in unseren Händen, sondern du bist halt auch darauf angewiesen, dass ganz viele Vereine Scheiße bauen, um da ein bisschen hochgespielt zu werden. Und das gehört auch noch dazu. Das können wir halt nicht beeinflussen, wenn plötzlich alle Vereine, die eigentlich mehr Geld als wir haben, aber hinter uns gelandet sind, plötzlich wieder einigermaßen sich berappeln. Wie Wolfsburg, wie Leverkusen, bla 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 bla. Wie Gladbach. Ja, das kann natürlich sein, dass wir hinter denen landen. Also das kann natürlich wieder passieren. Es kann auch passieren, dass wir überraschen. Das Ding ist, das weiß jetzt noch keiner. Und lasst uns doch erstmal die Saison beginnen und probieren, so positiv wie möglich zu sein, mit positiver Stimmung und trotzdem dieser Pokaleuphorie noch nach Freiburg zu fahren und uns auf die Europapokalspiele zu freuen. Bevor wir jetzt schon auf irgendwelche Spieler losgehen, die noch nicht ein einziges, und ich wiederhole es nochmal, ein einziges Bundesligaspiel gemacht haben und angeblich schon so scheiße sein sollen. Also von daher. Mal abgesehen davon, ich fühle mich jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen wie der Schönredner. Das will ich gar nicht sein, weil deine Kritikpunkte waren alle absolut berechtigt. Aber ein Name, der mir hier jetzt auch viel zu wenig fällt, ist Ante Rebic. Also ganz im Ernst, natürlich wird der sicherlich auch erstmal so in so ein mittelschweres Leistungsloch fallen wegen WM. Aber ich glaube schon allein, schon allein aufgrund dessen, was er eben geleistet hat und was für eine Euphorie mit dem Namen verbunden ist, glaube ich, dass wenn er jetzt in den nächsten Wochen wieder auf dem Platz stehen wird, das ist einer, an dem sich beispielsweise der ein oder andere hochziehen kann. Davon bin ich überzeugt. Ich meine, der stand im fucking WM-Finale und war da Stammspieler und hat die Eintracht zum Pokalsieg geschossen. Der ist jetzt eine Vereinslegende, der war im WM-Finale. Also selbst wenn der in ein Loch fällt, an Selbstvertrauen wird es dem nicht mangeln. Und ich glaube, der hat natürlich jetzt in den ersten beiden Spielen auch gefehlt. Oder sagen wir im Supercup zumindest die 80 Minuten oder wann er eingewechselt worden ist. Wo ich mir dann gedacht habe, jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr einwechseln. Ja, das definitiv. Was er aber nicht macht und was er auch in der Vergangenheit nicht gemacht hat und da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Boateng-Thematik. Er wäre jetzt keiner, der sich vor die Öffentlichkeit, vor die Presse stellt und sagt von wegen, ey, mach mal langsam, hier ist irgendwie gut. Der kann das intern machen und der ist vielleicht auch derjenige, wo, wie du sagst, der ein oder andere sich daran orientieren kann und irgendwie sich davon motivieren lassen kann, aber nach außen diese Wirkung hat er nicht. Das stimmt. Da tut der Prinz am meisten weh. Ja, definitiv. Und das ist es. Aber trotzdem haben wir noch Zeit, so einen zu holen. Ja. Und selbst wenn nicht, wird sich vielleicht ein neues Gesicht herauskristallisieren, von dem wir es halt jetzt noch nicht denken. Das ist halt so. Aber gut. Nikolaj Müller. Na gut, das glaube ich jetzt auch nicht. Warum nicht? Nee, aber das Problem ist, mir fallen nicht viel ein, weil der Einzige, der sich gestellt hat, war jetzt der Koster. Boah, ich gucke gerade auf den Kader und mir fällt es wirklich extrem schwer, mir da jetzt einen rauszupicken. Also einen dir vorzustellen, der nach dem Spiel, wenn du 3-0 in Freiburg verloren hast, ein Interview zu geben, zu sagen, ey, bla bla bla. Oder der wie letztes Jahr, ich glaube der Prinz war es letztes Jahr, der gesagt hat, ey, wir sind andere Frankfurt, wir fahren dahin und wir gewinnen. Ja. Das fehlt halt trotzdem. Ich glaube aber nicht, ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen das nicht wissen. Ich glaube einfach nur, dass die finanzielle Situation so heikel gerade ist, weil du nicht weißt, ob du, guck mal, Stendera, Fabian, Hurgotha, wenn du die 3 Gehälter von der Liste hättest, dann wäre vielleicht Geld für einen, und ich sage es nochmal, Schein hat selbst die FAZ heute die Idee von uns übernommen. Stand, glaube ich, in der FAZ heute. Die schreiben auch von allen ab, ey. Und ja, die haben auch gesagt, Typ Schein. Und wenn die 3 vielleicht weg sind, vielleicht ist dann Geld frei, vielleicht ist einfach aktuell, wenn man sich diese Trainingsgruppe 2 anschaut, kein Gehalt frei. Und das ist halt eine Fehler in der Planung. Naja, da hat man sich so ein bisschen verbokert. Also ich glaube, man hat tatsächlich drauf gehofft, dass bei Rebit irgendwie mehr Geld irgendwie hängen bleibt. Da gab es keine passenden Angebote. Und da hat man sich jetzt auch so ein bisschen verpokert. Das könnte noch eine interessante Geschichte sein, weil die Spieler haben jetzt auch nicht so sehr im Schaufenster gestanden, dass man da jetzt irgendwie glaubt, dass der eine oder andere um die Hände kommt. Wenn du die loswerden willst, dann musst du das irgendwie trotzdem geschickter machen, als statt so zu denken, okay. Du meinst nicht so wie der FC Bayern mit Boateng, so in der Art, nicht? Nein, ja gut, die werden noch ihren, die werden ihren Schärer machen mit Boateng, aber wir, wenn wir sagen, hier, die wollen eh loswerden, dann wird es mit Sicherheit nicht die allerhöchsten Ablösungen geben. Das ist halt einfach so. Wir dürfen jetzt auch nicht Brandimere Gota mit Jerome Boateng vergleichen. Nee. Aber ich hätte zumindest bei Stendera und Fabian zum Beispiel gedacht, dass es schneller geht, aber die scheinen ja beide einigermaßen gut dozierte Verträge zu haben, dass die selber keine Eile haben. Ja gut, ich meine, das ist natürlich der eine Punkt, so wer kommt mit einem Angebot um die Ecke und ist das dann wirklich, wo der Spieler dann irgendwie sofort aufspringt, in die Hände klatscht und sagt, jawohl, das ist es, ich gehe. Ja, also da müssen ja beide Dinge irgendwie zueinander kommen und dann hast du im Regelfall auch noch einen dritten Faktor, nämlich irgendwie so einen Manager-Hasen, der da irgendwie unterwegs ist, der ja dann auch noch irgendwie seinen Share mitmachen will, der ja dann auch vielleicht sagt so von wegen, ah, machen wir langsam, da kommt noch was. Also, das ist ja, da ist ja irgendwie Lotteriespiel wahrscheinlich einfacher. Naja, wir wissen es alle nicht. Es ist wie gesagt, ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst, es gibt viele Kritikpunkte, viele Kritikpunkte, wo Fehler gemacht wurden, viele, wo man auch keinen Einfluss drauf hat, weil das will ich auch noch anmerken über den Rebic, dass vielleicht in England dieser Markt so ist, dass diese Vereine sich dort in den letzten zwei Jahren durch diese horrenden TV so ein bisschen übernommen haben, in diesem Wettstreit immer in der Geilste zu sein und diesen Sommer ein bisschen zurückhaltend investieren, dafür kann die Eintracht auch nichts. Also, dafür kann die Eintracht auch nichts. Die Eintracht kann nichts dafür, dass Tottenham diesen Sommer keinen einzigen Spiel hat verpflichtet. Ich glaube, da kam halt auch noch hinzu, dass, was man so ein bisschen unterschätzt hat, ist so dieses frühere Schließen der Transferfenster für England, die ja auch deutlich früher waren als in den letzten Jahren. und dann ist es vielleicht, vielleicht müssen die auch gerade so ein bisschen Flick schustern, weil vielleicht Transfer Y nicht geklappt hat wegen Geld, weil die vielleicht warten müssen, bis da und da Geld frei wird. Ich glaube aber trotzdem, ich bin der festen Überzeugung, weil ich es auch selber für sehr, sehr nötig halte und das kein Nice-to-have-Transfer, sondern eigentlich ein Must-have-Transfer ist, dass du einen Spieler mit Persönlichkeit holst, im besten Fall auf der 6 oder auf der 8 für die Zentrale, dass du so einen hast. Ja, und dann musst du vielleicht zwangsweise noch einen Rechtsverteidiger ausleihen. Aber gut, wir haben noch 10 Tage. Ich darf natürlich auch nicht außer Acht lassen, wenn wir jetzt über Transfers sprechen. Du hattest es in der letzten Woche ja schon angedeutet, dass vielleicht bei der einen oder anderen Verletzung nicht gesagt wird, wie schwierig sie tatsächlich ist. Und dann zeigt sich ein Schändlerfeld sechs Monate aus. Also ich würde mal behaupten, auch wenn die sechs Monate sagen, da werden wahrscheinlich mit irgendwie wieder Reha und ein Spiel zurückfinden, werden da auch ganz schnell sieben oder acht raus und damit kannst du ihn für die Saison eigentlich schon direkt wieder rausnehmen. Ja, also da Costa scheint ja besser geworden zu sein und scheint auch sich so ein bisschen mehr einzugrooven, ist wahrscheinlich jetzt kein schlechter Rechtsverteidiger, aber gerade auch mit dem Blick auf international, wäre da irgendwie noch jemanden, der sowohl Innenverteidigung als auch Rechtsverteidigung spielen kann, glaube ich schon nicht schlecht. Ja, also das sind die zwei Positionen, die wir noch haben. Wir brauchen einen Führungsspieler und vielleicht einen Rechtsverteidiger-Backup. Selbst wenn das nicht zu realisieren ist, meine Güte, dann wird halt ein Dicker früher ins kalte Wasser geschmissen und Salcedo muss halt auf Rechts ausweichen. Das ist auch so. Das ist mir trotzdem alles noch lieber und ich erinnere alle nochmal an die Vergangenheit. Das ist mir trotzdem noch lieber, als wenn wir in Abstiegsfahrer zum HSV fahren und mit Ricardo Clark dort spielen. Grüße. Das ist mir trotzdem noch lieber und das ist halt einfach so. Dabei bleibe ich auch. Und nichtsdestotrotz werden wir, glaube ich, alle Zeit, wir werden alle Geduld und ein bisschen Vertrauen brauchen und wenn es dann wirklich alles vor die Hunde geht, kann man immer noch gucken beziehungsweise wenn sich das ein bisschen deutlicher zeigt. Aber jetzt würde ich eigentlich jeden bitte ein bisschen Ruhe zu bewahren und mal zu gucken. Diese Mannschaft, wenn man sich den Kader anschaut, ist immer noch Bundesliga-tauglich und jetzt muss man halt dem Trainer, der ist jetzt da, ich hätte wie gesagt mir auch Bilic gewünscht, aber der ist jetzt da und man muss ihm einfach das Vertrauen geben, weil er trotzdem keiner ist, wo man von vornherein schon sagen kann, boah, nee, Alter, das will ich nicht. Ja. Also ich glaube, er hat... Ja. Jetzt fahre ich schon wieder dagegen, aber ich bin immer noch an dem Kader und überlege die ganze Zeit, wer dieserjenige sein könnte, der sich jetzt hier vor die Mikros stellt und es tut mir leid, diesen Namen zu sagen und es gab wirklich extrem gute Gründe, das so zu machen, aber Alex Meyer, ganz ehrlich, selbst wenn er nicht spielen würde, der wäre einer, der sich auch mal vor die Mikros stellen könnte. Nee, aber da unterschätzt, nein, aber da bist du glaube ich nicht nah genug dran, der würde sich vor kein einziges Mikro stellen, weil er gar nicht so viele Sätze hintereinander reden kann. Ja, also ganz ehrlich, also entweder würde dann der Reporter einschlafen und mit dem Mikro nach dem Unfall, ja, oder es würde irgendwann keine, nee, nee, das schafft er nicht. Hasebe. Ja, nee, aber gut, dafür reicht, glaube ich, seine Rhetorik nicht aus. Ja, aber vom Charakter her wäre er für mich einer, der durchaus diese Rolle übernehmen könnte. Klar, muss ja auch auf dem Platz. Ja, aber könnte er auch nach außen hin. Also von der Rolle her, ja, ob das seine Rhetorik da ausreicht, anderes Ding, aber rein vom Charakter her wäre er für mich noch derjenige aus dem aktuellen Kader, der es am ehesten tun könnte. Ich glaube nicht, dass er die Aura dafür hat, ich weiß es nicht genau. Oh, wir erinnern an seinen, äh, seinen Elbogenschlag da, also ich glaube, der könnte das schon, also das würde man... Eigentlich müsste eigentlich, wenn er nicht selber gerade mit sich so beschäftigt, wäre, müsste Abraham das auch machen. Ja, aber gut. Aber auch da könnte es halt an der Rhetorik irgendwie in so ein bisschen haken. Deswegen ist wirklich, eigentlich wäre es wirklich geil, wenn man wirklich, und ich lasse jetzt den, Namen auch nicht mehr los, wenn man so einen wie Schein holen würde. Wäre auf jeden Fall vom Charakter und auch von der Position her und so weiter da ein guter Ersatz, bräuchte aber sicherlich da auch da ein bisschen Zeit, um das irgendwie zu können. Wir dürfen halt nicht vergessen, wir vergleichen ihn halt an der Stelle auch wieder mit einem Prinz Boateng, der halt einfach allein von seiner Aura sich in der ersten Sekunde da hinstellen kann und sagen kann, ich bin jetzt hier, hier wird alles geil. Ja, das ist eher so ein Ibrahimovic-Typ. Das wäre ein Schein für mich jetzt nicht von Anfang an. Der könnte das Stück für Stück, aber nicht ab der ersten Sekunde. Und den Vergleich dürfen wir nicht machen. Aber davon muss man sich versuchen zu, davon muss man sich eh versuchen zu lösen. Ganz ehrlich, es wird kein zweiter Prinz kommen. Das wird einfach nicht passieren. Und das ist genau das. Ja, es ist es auch. Und die Nationalmannschaft ist 2014 auch ohne Boatengs Ballacks-Weltmeister geworden. Das ist, im Endeffekt kommt es auch gar nicht darauf an, so was bei uns ankommt, sondern im Endeffekt geht es um die Kabine, glaube ich. Es geht um die Kabine zu sagen, ey, da ist ein Nuri Schein, der hat schon sehr viel erlebt, der hat bei Madrid gespielt, in Liverpool gespielt, der hat Champions League gespielt. Wenn so einer da ist und geht dann mal zu irgendeinem anderen Spieler, der gerade so ein bisschen am strugglen ist, dann macht das schon was aus, wenn so einer zu dem geht. Und das muss dann auch gar nicht bei uns landen durch einen markigen Spruch von Boateng, sondern das reicht, wenn es bei dem Spieler landet und Schein den Effekt hatte, oder hätte, wie der Princess of Wolf hatte. Wenn der Schein irgendein jungen Spieler und selbst wenn es noch Magacinovic ist oder Jovic oder irgendjemanden oder Geraldes oder Toro, wenn die ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, ey, bla bla, ich habe das alles schon mitgemacht, macht euch nicht so verrückt und das. Vielleicht ist der Spieler, der das gerade auf dem Platz machen müsste, ist vielleicht auch de Guzman, weil der war auch, ist auch noch nicht so wenig unterwegs gewesen überall. Müssen wir mal schauen, ich weiß es natürlich jetzt noch nicht, alles was wir jetzt hier gespeckuliert haben, ist wie gesagt, auch von unserer Seite nicht so drastisch negativ, aber es ist auch Spekulation von uns, genau wie die Leute, die es alles drastisch negativ sehen, von daher müssen wir leider abwarten, gell? So unglaublich gern ich das sehen würde, halte ich aber trotz allem, ehrlich gesagt, Shahin für relativ unrealistisch. Klar, ist es wahrscheinlich auch, ist trotzdem nur das, wo ich denken würde, das würde die Lücke perfekt schließen. Ich glaube, man fand Boateng am Anfang auch durchaus eher unrealistisch und es hat dann am Ende funktioniert. Ja, wobei ich glaube, der Fall Shahin ist halt insofern ein bisschen anders gelagert, dass der seine anderen Dinge gemacht hat und jetzt eben wieder bei Dortmund angekommen ist, genau weiß, was er mit Dortmund hat und er wirkt für mich nicht so, als wäre er wirklich massiv unzufrieden mit der Rolle, die er dort ausfüllt, dass er eben, und ich glaube, der ist auch in Dortmund sehr, sehr wichtig für die Kabine. Ich glaube, alle schreiben immer, in Dortmund spielt er keine Rolle mehr. Ich glaube nicht, dass man das so unterschätzen darf. Die wissen in Dortmund schon sehr wohl, was sie an dem haben und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der da unbedingt extrem unglücklich damit ist und ich glaube, der kickt da jetzt einfach noch so ein bisschen zwei Jahre mit und dann macht er seinen Trainerschein und dann ist alles gut so auf die Art. Also ist so mein Gefühl, ist natürlich jetzt auch von meiner Seite nur Spekulation, aber da ist für mich die Lage ein bisschen anders, als er beim Prinz war, der eben eh so ein Wandervogel war und so weiter und da war einfach dieses Eintracht, jetzt mache ich es nochmal und bei Sahin ist es so gefühlt, der hat seine Abenteuer und seine Erlebnisse schon gehabt, der hat schon einen gezeigt und jetzt ist er bei dem Verein, bei dem er unbedingt sein will und hat da eine Rolle, die man glaube ich auch nicht unterschätzen darf. Also ich glaube, der spielt da eine wichtigere Rolle, als man denkt, weil er eben nur 15 Saisonspiele macht. Ja, aber ich glaube, dass der auch schon so hinter den Kulissen eine so wichtige Rolle hat, dass ich nicht glaube, dass er sich da so wahnsinnig unwohl fühlt. Ja, das stimmt auch. Naja, wir werden es sehen. Aber ich würde es euch natürlich gönnen und ich fände es auch mega spannend, aber ich für mich glaube jetzt nicht, dass es extrem wahrscheinlich ist. Ich hätte, also ich glaube, da ist Geiss wahrscheinlicher, aber da weiß ich nicht, ob der jetzt der absolute, der absolute Signaltransfer wäre, wenn das so kommt. Ja, habe ich auch schon oft gelesen, Geiss, den habe ich zu lange aus den Augen verloren. Also ich kann auch seine Persönlichkeit zu wenig einschätzen, deswegen weiß ich, wer, das ist es halt, so viele Spieler gibt es halt nicht von so Gigan, das ist halt leider so. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist ja auch so, dass wir gar keinen mehr fürs zentrale Mittelfeld holen, weil man verbindet diese Position, diese Leader eigentlich ja immer mit zentralen Positionen, Innenverteidigung oder Sechser. Vielleicht holen wir aber auch noch einen Ausrufezeichen-Transfer wieder auf den Außen. Das kann auch sein. Also dass wir, dass wir noch einen Außen holen und dass du sagst, okay, du hast Rebic, Kostic, Mr. X und Gacinovic und Müller für die Außen oder Müller vielleicht auch für die zentrale Spitze und Rebic auch ab und zu. Vielleicht ist das das Thema auch so angeregt, dass wir wirklich mit zwei wirklichen Sechsen auf der Sechs spielen. Das war Boatengi auch nicht. Also dass du wirklich mit zwei Zerstörern spielst um diese zwei Offensiven Außen und die zwei Mittelstürmer oder keine Ahnung, wenn du vorne eine Dreierkette im Mittelfeld spielst, einen Zehner und den Mittelstürmer, dass die machen können, was sie wollen und der Rest wird hinten abgesichert. Das wissen wir alle nicht, weil das ist so, dass ich habe das Gefühl, Hütter würde gerne ein flaches 4-4-2 spielen. Und dann hast du zwei schnelle Außen und dann brauchst du aber in der Zentrale kannst du dann eben nicht mit zwei Achtern spielen, die dann auch nach vorne sich einschleusen, sondern dann musst du halt irgendwie sagen, okay, du spielst dann mit Hasebe und Fernandes. Und wenn du zu Hause spielst, vielleicht mit einem Spielstärkeren wie der Guzman oder Gacinovic. Vielleicht braucht man den dann nicht, aber wie wir es gesagt haben, ob jetzt der Außenstürmer oder der Sechser für die Kabine gut ist und wo die Spieler sich aufrichten können, ist mir eigentlich egal. Und meine These dazu ist, und ich wiederhole es dann letztes Mal und dann müssen wir jetzt auch irgendwie mal abschließen, diese ganze Spekuliererei. Ich glaube, das hängt daran, dass diese Trainingsgruppe 2 zu viel Gehalt zusammensummiert, als dass wir da jetzt schon reagieren können. Und das wird eventuell, werden wir, und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, das wird eventuell so eine Nummer, wo wir wie bei Lincoln damals mit der F5-Taste vor dem Bildschirm setzen und kurz vor Schluss immer noch schauen, ob der und der Transpare immer noch klappt. Ja, weil das kann sein, weil das natürlich auch so einen Domino-Effekt innerhalb der Eintracht haben kann, zu sagen, Schindera ist weg, Gehalt ist frei, Fabian ist weg, ein bisschen Ablöse dazu, Gehalt ist frei, Hörgote ausgeliehen, ein anderer Verein übernimmt das Geld, dann hast du ja plötzlich wieder viel mehr Spielraum, dann reden wir glaube ich schon über 3-4 Millionen Euro, die da frei gewonnen sind an Gehältern. Also müssen wir am Deadline-Day doch mit dem gelben Overall da sitzen. Ich wollte es gerade sagen, René, du sprichst mir meine Gedanken aus, hol den gelben Anzug wieder raus, René, das kann ein interessanter Deadline-Day für. Yes, sir. Ihr habt am Deadline-Day ganz andere Prioritäten, glaube ich. Stichwort Europa-League-Auslosung. Das stimmt ein bisschen, ja. Ja, da gehen wir nahtlos von dem einen in das andere über quasi. Ja, dann reißen wir uns den gelben Anzug vom Leib und darunter kommt dann der goldglänzende und dann geht's da. Darunter kommt dann das schwarz-gelbe Trikot mit Schar hin. Genau, das verwandelt sich dann so wie so eine Magic-Tasse. Der gelbe Anzug wird dann auf der einen Hälfte so schwarz und hinten erst kommt ein S, dann ein A, dann ein H. und dann kommt, ja, keine Ahnung. Dann kommt kein Ahnung. Da kommt noch ein A, ein H und ein A und ein R und ein E und ein R und dann hat die andere Sarara geredet. Hier, klasse hier, bravo. Nein. Wow. Ja, ja, Nein, auf jeden Fall, ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein kleines Gefühl, dass der letzte Transfer-Tag für uns wirklich noch interessant wird beziehungsweise die Tage davor, gerade was die Abgänge und die damit verbundenen eventuellen Zugänge betrifft. Das wird eventuell noch spannend, aber um es jetzt noch mal probieren abzuschließen, selbst wenn gar nichts mehr passiert, habe ich keine Angst, dass der andere absteigt. Fußball 2000 Ja, dann müssen wir mal gucken. Sollen wir mal gucken, was das war? Gut. So sind wir untersuchen, das taucht jetzt hier jede Woche. Komisch. Keine Ahnung, was das war. Du wolltest das Thema abschließen, was haben wir denn als nächstes auf unserer Themenliste? Lasst mich schauen. Oh, wir kommen hier doch tatsächlich schon zu, nach, nach abschließenden Transfer-Geschichten kommen wir zu den Menschen, die wir jede Woche hier wahnsinnig gerne in unserer Sendung haben, nämlich unseren Dummschwätzern der Woche. Und da haben wir doch direkt schon einen auf der Liste, den hat Jochen vorhin schon gesagt, nämlich der Mensch, der diesen wunderbaren Kicker-Artikel geschrieben hat, seines Namens nach Julian Franzke, der ja quasi auf knapp zwei Seiten wirklich den Abstieg der Eintracht herbeigeschrieben hat. Also das fand ich schon sehr befremdlich. Ich mag den eigentlich. Grüße. Ja, aber der war so ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, Jochen, willst du da noch mehr zu sagen? Ja, also ein Satz, der mir irgendwie ganz besonders aufgestoßen ist, war diese, schon vor Wochen war man geneigt zu sagen, jetzt ist es aber auch mal gut, wo ich mir halt so gedacht habe, ja, wieso soll es denn jetzt gut sein? Die Eintracht ist Pokalsieger, wieso darf man da jetzt nicht mal ein paar Monate feiern? Ja, er war halt generell, fand ich einfach, war dieser Artikel ein bisschen drüber hinaus, aber ja, keine Ahnung, was hat es denn eigentlich mit dieser ganzen, das interessiert mich mal wieder, euer Stand ist, mit dieser ganzen bösen Onkels-Geschichte mit Peter Fischer und Axel Hellmann auf sich. Das hat mich nämlich ehrlich gesagt ziemlich verwirrt und ich habe ja extrem große Sympathien zu den beiden, auch wegen dieser ganzen Anti-AfD-Nummer und so weiter und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, also wenn das stimmt, büßen die bei mir ganz schön viele Sympathien ein, die beiden. Wisst ihr da irgendwas Näheres? Was hat es damit auf sich? Also ich habe nur gehört, dass das nicht gestimmt hat und dass diese Passage in dem EFR-Artikel schon wieder gestrichen wurde. Du meinst jetzt, also in dem Artikel, im Kicker stand ja irgendwie, dass sie deswegen mit dem Hubschrauber nach Ulm gereist werden, weil sie quasi im Anschluss direkt nach Frankfurt zu dem Onkel-Konzert irgendwie müssen und weil Peter Fischer da mit dem Pokal, mit dem DFB-Pokal auftreten sollte. Das war ja glaube ich so der Teil, der da drin stand. Ja und ich habe gehört, das stimmte gar nicht. Ich habe das auch nur in dem Artikel wirklich gelesen, ansonsten war das für mich auch etwas, was ich nirgendwo mitgekriegt habe und ich kenne genügend Menschen, die tatsächlich auf diesem Konzert da waren und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Bilder gesehen hätte, wenn da irgendwie so ein Auftritt gewesen wäre und ich habe keine gesehen. Also ich habe nur gehört, dass das korrigiert wurde. Bei Twitter gab es eine kleine Diskussion, ich glaube Plotmaus war es glaube ich, die dann nachgefragt hatte und dann hieß es ja, dass die entsprechende Stelle ist schon berichtigt und bla bla bla. Ob das jetzt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Das Ding ist, ich würde Peter Fischer zutrauen. Okay. Ja, aber ich halte mich da, was da eine Bewertung betrifft, halte ich mich raus. Ja, ich meine, das ist jetzt für mich wirklich so ein typisches Thema als Außenstehender. Genauso wie das für mich als Außenstehender halt mega geil ist, wenn es dann eben heißt, wir hier bei der Eintracht wollen keine Leute von der AfD haben, zucke ich dann natürlich auch mit den Augenbrauen, wenn die gleichen Leute dann eben auf dem Onkels-Konzert den Pokal präsentieren. Das hat mich zumindest kurz zum Stutzen gebracht und da wollte ich einfach mal nachfragen, was es damit auf sich hat. Ich habe da... Aber muss man jetzt auch nicht größer machen. Das Letzte, das Letzte, was ich gehört habe, dass es nicht gestimmt hat. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt auch keine gegenteiligen Bilder gesehen oder Berichte oder irgendwelche Sachen. Nee, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das... Ich glaube auch wirklich, wie der René es gesagt hat, dass da zumindest irgendwelche 1-4-1-4-Ratten-Leser-Report halt irgendwas gemacht hätten. Also von daher... Ja, also das hätte man auf jeden Fall irgendwie mehr... Keine Ahnung. Gut, nächster. Nächster, genau. Wir bleiben quasi im Genre des Schreiben der schreibenden Zunft. Und zwar direkt nach dem Spiel haben wir eine Nominierung, nach dem DFB-Pokalspiel haben wir eine Nominierung für den Dummschwärzer der Woche geschickt bekommen von unserem Hörer Ed Schmackofatz. Und zwar nominiert er Christian Falk, der meines Wissens nach bei der Sportbild unterwegs ist, wenn nicht sogar irgendwie Chefredakteur oder irgendwas. Der meinte, er müsste danach einen lustigen Tweet mit Eintracht Europa und dem Vornamen und dem ersten Buchstaben des Nachnamen des Cheftrainers machen. Diese Witze waren von Anfang an nicht witzig, sind sie immer noch nicht und erst recht nicht, wenn die ganzen rechten Sparkuster sowieso unterwegs sind. Brauchen wir nicht. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich fand, wie du das alles dazu gehörst, glaube ich. Genau, sehr gut ausgerichtet. Schwierig und nicht lustig. Definitiv nicht lustig. Nein. Ja. Und gerade von Menschen auf dem Level würde ich eigentlich erwarten, dass sie irgendwie bis zwei zählen können und so Scherze nicht unbedingt machen. Und dann haben wir von wahnsinnig vielen einen gewissen Ulrich H. genannt bekommen, der in einem wirklich Trump-ähnlichen hin und her da Dinge erzählt hat und wo es im Spiegel einen wunderschönen Faktencheck-Artikel zu gibt, den ich hier auch verlinken werde, den ich wirklich großartig fand, wie da einfach diese Aussagen da so ein bisschen durcheinander genommen worden sind, der ja auch am Sonntag nach dem Pokalspiel bei Bontorra, weiß nicht wie lange, gesessen hat, wahrscheinlich irgendwie zweieinhalb Stunden. Anderthalb, anderthalb Stunden. Ich habe es mir nicht angesehen, weil das war für meine Nerven, an dem Tag wäre das echt nicht gut gewesen, aber ich weiß, dass du das gesehen hast, Jochen. Ja, es gab unglaublich viele Sachen, die wirklich auch schon wieder sehr weit an der Realität vorbeigingen, worüber ich mich natürlich, weil das irgendwie seit Wochen so ein bisschen mein Lieblingsthema ist, da wird es ja gleich auch noch eine andere Nominierung geben, aber auch in der ganzen Özil-Thematik hat er, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich vorliegen, aber hat er sinngemäß gesagt, das Management von Özil hat das sehr gut gemacht, das Thema Rassismus auf die Agenda zu bringen, um zu überdecken, dass er nur Mist spielt und das war beispielsweise eine Aussage, die ja relativ schwierig war, für euch natürlich auch spannend, dass er Würstchen in seine Heimatstadt Ulm geschickt hat, nach dem Pokalsieg jetzt gegen Frankfurt und es waren wirklich sehr, sehr viele Aussagen dabei, auch zu 50 plus 1, wo er Dortmund vorgeworfen hat, sie wollen die Konkurrenz klein halten und sind deswegen gegen die, also für die Barrierehaltung von 50 plus 1 und so weiter und so fort, also das, wer die Nerven dazu hat, sollte sich das mal in kompletten anderthalb Stunden reinziehen, aber vielleicht sollte man sich einen kleinen Whisky einschenken oder ein Bier dazu aufmachen, dann kann man es vielleicht auch sogar mit ein bisschen Humor sich anschauen, also man kann sich das vielleicht auch sogar lustig saufen. Ja, ich weiß gerade, wenn ich Eintracht gewonnen hätte, weil der Axel von 390 hat sie mir eigentlich, haben wir das alle bei 390 als Hausaufgabe bekommen, um Vorbereitung auf die erste Sendung von Staffel 3, das zu schauen, wäre ein launiger Einstieg gewesen, nach diesen Vorkommnissen in Ulm hatte ich aber keinen Bock mehr, mir das auch noch anzuschauen morgens dann, das hätte ich einfach dann, das wollte ich meinem Nervenkostüm nicht antun, aber die Aussagen kriegt man in einem Nachklang trotzdem mit, da ist es dann nicht ganz so schlimm, wie man das live sieht und seine Gestik und seinen Habitus und wie er da hockt, sein, ja, das muss ich ja da nicht sehen, aber es ist schon, es setzt sich fort, also, was er über, der ist ja derart weltfremd, dass er wirklich denkt, dass er mehr Ahnung von Fußball hat, als Mourinho und Arsene Wenger zusammen. Und da frage ich mich, meint er das ernst? Also, meint er das ernst, oder hat er dieses 2 zu 5 von Bremen damals noch nicht verkraftet, als sie dort 5-2 gewonnen haben, wo Özil noch bei Bremen gespielt hat? Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Oder hat er im Knast so sehr, hat er das Gefühl gehabt, dass die Leute, die die Achtung vor ihm so sehr verlieren, dass er die jetzt unbedingt braucht und quasi diesen Applaus, weil Özil ist ja, und ich nenne es immer, Özil ist so ein typisches Vera-Mittag-Thema. Da denkst du, wenn du jetzt was gegen Özil sagst, ja klatsche, die haben die ja auch, die haben das Publikum toll ausgewählt dort. Das war ja wirklich wie in so einem Festzelt, da hat sich Bilder gesehen. die dann sagt, endlich sagt's mal, der Uli Hoeneß ist das Fleisch geworden, endlich sagt's mal einer, was trotzdem keine Substanz hat. Was Leute, die, keine Ahnung, die immer nur die erste Seite aufblättern und nicht Seite 2, 3, 4 und 5, manchmal gibt es sogar 10 Seiten in gewissen Themen, sondern die einfach nur für die Leute zuckert er und eigentlich müsste ich warte, wie alt will der denn noch werden, um so ein bisschen eine Souveränität da reinzukriegen. Gerade wenn er vor zwei Wochen in der Sportbill prominent sagt, er wäre am Strand gewesen und hätte gesehen, wie die Leute immer nur auf neue Nachrichten an ihren Handys warten und er will jetzt nicht mehr zu diesem Zirkus beitragen, um genau ein paar Tage später genau das zu machen und zu sagen, Özil spiel so ein Dreck und wirklich auf den, und das unterscheidet den alten Uli Hoeneß auch von dem alten so ein bisschen. Früher war er wenigstens, was diese populistischen Themen sind, war er quasi der Agenda-Setter. Also er hat das vorher angesprochen, bevor andere Leute das gemacht haben. Jetzt ist er derjenige, der ganz am Ende noch drauf tritt, wenn der Mob, der auf den eingeprügelt hat, schon längst zu Hause ist. Also das ist so, das habe ich nicht verstanden, dass er, was, das frage ich mich immer noch nicht, will mich nicht dazu hinreißen lassen. Ich habe mich hier auch öffentlich entschuldigt für meine ausfallenden Gesten. Ich würde ihn trotzdem gerne fragen, diesmal ohne Messer, was er meint, ob seine Meinung öffentlich, und er weiß ja um die Gewichtung seiner Meinung, sonst würde er ja nicht ständig irgendwo rumsitzen, ob das jemanden interessiert oder ob das noch Not tut, dass er sich auch noch zu Özil äußert. Muss das sein? Was hat das, wem hat das was gebracht und was für ein Erkenntnisgewinn ist da? Und was für, also was hat er denn davon? Früher hat er das wenigstens gemacht, um einen Vorteil für den FC Bayern zu haben. Und was jetzt macht er es, habe ich das Gefühl, um seinen Traum von einer absoluten Mehrheit der CSU zu realisieren. Und das ist, also den Respekt, diesen Hassrespekt, den ich früher von ihm hatte, den habe ich komplett verloren. Ich finde ihn einfach nur noch einen lächerlichen Typen. Und den Trump-Vergleich, den er gebraucht hat, das stimmt. Der ist gar nicht so weit hergeholt, weil das sind auch so Sachen, der redet da eine Scheiße daher. Und du wirst einfach aggressiv, weil du merkst, dass es eine große, breite Masse gibt, die dem auch noch irgendwie, ja, Alkohol geschwängert applaudiert. Und das finde ich, das finde ich sogar fast gefährlich. Und mir tut jeder einigermaßen aufgekleidet, bei einem Fan leid, dass der derjenige ist, der da wirklich das Sagen hat und, äh, die Entscheidungen trifft. Und, ja, und er kann's, er kann's, selbst im hohen Alter irgendwie nicht gut sein lassen, weil selbst die Absage von Tuchel scheint er auch nicht verkraftet zu haben. Weil da muss der ja dann auch umgefragt sein, ja, hier, der hat gar nicht, der hat gar nicht abgesagt. Und, ach komm, also, das ist, Er hat die Geduld verloren, hat er gesagt. Ah, ja. Ich hab's in letzter Zeit öfter gesagt und ich probier's weiter hinzumachen. Ich probier's einfach zu ignorieren, alleine für mein eigenes Wohlbefinden. Ja, ich glaube, mit Tuchel wird da sowieso kein Freund drin, nachdem sie ja jetzt versuchen, den Boateng irgendwie quasi minütlich da hinzureden. Wo ich aber auch nicht glaube, dass Paris auch nur irgendwie gerade wirklich Interesse an dem Spieler hat. Wir haben doch Thilo Kerago. Das hat mich auch gewundert, dass er nicht, dass er nicht mal den aktuellen Transfermarkt verfolgt. Das hat er gar nicht erwähnt. Der scheint auch den DFL-Finanzbericht von vor zwei Jahren nicht zu lesen, weil er hat ja auch gesagt, dass der FC Bayern irgendwie der einzige Verein ist, der die Saison mit Gewinn abschließt. Laut DFL-Finanzbericht 16, 17 waren 16 von 18 Bundesliga-Vereinen. Ja, er sagt auch, man darf das Fußballgeschäft nicht auf Kosten der Steuerzahler betreiben. Wie war das mit den 28,5 Millionen? Also, da ist vieles drin, was man, wenn man irgendwie das Hirn mal für drei Sekunden länger benutzt, irgendwie nicht sagen sollte. Ich möchte einen ganz fantastischen Tweet von Günter Klein zitieren, der geschrieben hat, gegen wen und was Uli Hoeneß so ist. Özil, Vegetarier, E-Sport, Rettig, Summer, Angelotti, Taktik, Piratenpartei, Internet, Followerboys, Klinsmann, Managerspiele, Smartphones, Tradition, Fortschritt, Die Linken, E-Mails und Fallen der Aktienkurse. Ja, da ist alles drin, großartig. Wollte ich gerade sagen, großartig. Hervorragend, damit kann man den Case resten, das war's. Das passt, das glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Den Folgetweet fand ich auch ganz hervorragend, wo er dann gesagt hat, was er mag. Größe bitte. So, Joch, du hast es angedeutet, du hättest da noch einen weiteren Nominee. Ja, für mich ist ein Nominee in dieser Woche auf jeden Fall auch Toni Kroos, der gesagt hat, Özil hat in seinem Statement zu seinem Rücktritt mehr Quatsch erzählt als Sachen, die kein Quatsch sind und dass es innerhalb der Nationalmannschaft und des DFB nicht gibt, weiß Özil selbst. Da muss ich sagen, habe ich schon ganz extrem geschluckt, weil, also ich sage mal, bei Grindel ist das gerade in seiner Bundestagsvergangenheit ja auch verbrieft, mal abgesehen davon, dass Özil mit keinem Wort gesagt hat, dass es innerhalb der Nationalmannschaft Rassismus gab und das ist einfach eine Aussage, die völlig am Thema vorbeiging und über die habe ich mich wirklich ganz extrem aufgeregt, weil ich mir da so gedacht habe, ja, was ist das denn eigentlich für ein Statement? Also, es gab ja auch verschiedenste Kommentare, die Peter Ahrens hat einen sehr guten Kommentar geschrieben, in dem genau das eben auch drin stand, in dem es darum geht, ja, Herr Groß, das, was Sie hier Mesut Özil vorwerfen, hat er mit keinem Wort gesagt und ich meine, damit ist alles gesagt, das war einfach nur, das war einfach nur falsch und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber diese Aussage hat mich extrem aufgeregt und deswegen, für mich sollte der diese Woche hier ein berechtigter Nominee sein. Ja, definitiv. unterstütze ich, weil das ist, ich habe wirklich das Gefühl, die ganzen Leute haben gar nicht verstanden, was Özil meint, beziehungsweise reden die wirklich oder probieren quasi, haben wirklich ein Thema vorbeizulenken, indem die irgendwelche angeblichen Showplätze aufmachen, die überhaupt gar nicht aufgemacht wurden eigentlich. Wie Jochen es gesagt hat, Özil hat doch gar nicht gesagt in der Mannschaft und der kann doch auch gar nicht beurteilen, was bei diesem Treffen mit Grindel, was da auch stattgefunden haben soll, das kann Kroos doch gar nicht verneinen, weil er war gar nicht dabei. Der kann doch gar nicht mitgekriegt haben, ob wirklich Grindel probiert hat, das alles für seine Agenda zu nutzen und das traue ich Grindel alles zu. Und im Endeffekt hat sich es ja auch nach der WM hat es sich gezeigt und jetzt kommt ja jeder Wendehals, der plötzlich dann sagt, ja, es tut mir doch leid, nur damit er nicht zurücktreten muss, weil er gemerkt hat, okay, an der einen oder anderen Stelle war ein berechtigter Zweifel an seiner Kompetenz für diesen Posten und jetzt dreht er sich plötzlich um 180 Grad viel, viel zu spät und da denke ich mir, dann wäre es fast konsequenter, die Fresse zu halten oder die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen, ey, ganz ehrlich, dann soll er doch die Wahrheit sagen und soll sagen, ey, ganz ehrlich, der Özil ist ein Dummbatzen und hat dieses Foto so genervt und diese ganzen Nachfragen danach und in der Mannschaft haben der und ein paar andere Spieler sich verhalten, als wären die irgendwelche Dieben, die sollen uns in Ruhe lassen. Weil dann gehst du wenigstens von dieser Erdogan-Diskussion weg und sagst, das hat halt mannschaftlich nicht mehr gepasst und das ist eine Diskussion, die kann es halt auch geben. Die gab es auch übrigens mit Ballack, nur da hat es irgendwie nicht diese Dimension angenommen. Da hat auch jeder gesagt, im Endeffekt hat jeder, Boateng hat es glaube ich mal gesagt, dass jeder im Endeffekt zu ihm gekommen ist und hat unter Vorgehalten und hat gesagt, danke, dass du den weggegrätscht hast, der ist jetzt endlich weg. Und wer weiß, vielleicht war das mit Özil auch so, aber dann sollen die nicht so eine Scheiße reden und Hoeneß, da müssen wir auch nochmal zurückkommen, der dann sagt, ja, der Jogi Löw hätte sich mal in der Premier League auf die Tribüne setzen sollen. Ganz ehrlich, der Uli Hoeneß hat nicht ein Premier League Spiel mit Sicherheit geschaut und da gibt es schon, und das ist es, und was mich am meisten nervt, das ist aber in der allgemeinen Debatte, dann kommt wieder Trump ins Spiel, ich habe das Gefühl, Fakten zählen heute gar nicht mehr, es geht nur noch um Emotionen. Du kannst sagen, ja, aber Özil hat im Spiel 3,1 Torschüsse pro Spiel vorbereitet. Ja, das ist mir egal. Das ist der höchste Wert in der ganzen Premier League, ja, das ist mir egal, der ist trotzdem scheiße. Und das macht mich, und das Problem ist, und ich weiß, René, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Monaten das, wo ich mich so krass aufgeregt habe, wo ich gesagt habe, wenn mir jemand sagt, der Himmel ist grün, und ich sage, nee, der ist blau, und ich hau dem irgendwann in die Schnauze, weil ich es nicht aushalte. Die haben es mittlerweile geschafft, dass ich den, ich hau den gar nicht mehr in die Schnauze, in mir ist es scheißegal, aber das ist noch gefährlicher. Das ist noch gefährlicher, dieser Egal. Dass die dich so zermürbt haben, und das zermürbt mich wirklich, nicht nur der Fußball, nicht nur dieses Gebabel, sondern auch, da gibt es Berichte über irgendwelche Union-Fans, die angeblich irgendwas gemacht haben, was wieder nicht stimmt. Du hast wirklich, auch was diese ganzen Debatten betrifft, du hast wirklich, du hast einfach als einzelnen Individuum, hast du irgendwann keine Kraft mehr, dich über alles aufzuregen. Und diese Zermürbung setzt bei mir gerade ein, dass wenn der Hoeneß sowas sagt, dann rege ich mich hier vielleicht kurz auf, aber eigentlich ignoriere ich es komplett, und schaue diese Sendung nicht, und überlasse ihnen quasi in dem Sinne das Feld, dass ich mich auch nicht mal in meiner Filterblase dazu äußere, und wenn ich zum Beispiel in meiner Filterblase jetzt bemerke, als Kostic gekommen ist, habe ich in meiner Filterblase bemerkt, was für eine Scheiße da geredet wurde, was für eine richtige Scheiße da geredet wurde, aber ich antworte schon gar nicht mehr. Früher habe ich wenigstens noch geschrieben, ey, willst du verarschen, auf welchem Stammtisch bist denn du eingeschlafen? Das mache ich gar nicht mehr. Ich lasse ja die Leute diskutieren und denke mir, ach du liebe Zeit, dann hast du noch ein, zwei Leute um dich rum, und du denkst, ey, was labern die alle? Und das finde ich gefährlich, aber ich kann nicht anders, ich kann wirklich nicht anders. Ja, ich kann dich da voll und ganz verstehen, aber ich finde es halt auch schwierig, und diese Diskussionskultur und dieses alles, dieses Faktenchecken ist halt echt in den letzten Monaten ist das so krass abgesunken, das ist echt fürchterlich. Ja, das ist halt echt anstrengend, weil du, man findet ja gar keine Diskussionsebene mehr für gewisse Dinge, weil, ja, da braucht einer nur irgendwie irgendwas sagen. Ich fand es gut, was er gesagt hat, endlich, und dann denke ich so, boah, Leute, das gibt es doch gar nicht. Ah ja, das ist doch mal Marke, gell? Habt ihr heute Antrag gewinnen in Freiburg? Genau, habt ihr noch weitere Nominierte? Ich habe mich wieder vergessen, was waren das? Habe ich leider vergessen, sorry. Hast du leider vergessen. Dann haben wir die vier, dann könnt ihr auf der Seite zum Podcast wieder abstimmen, und dann schauen wir nächste Woche mal, wer das Rennen gemacht hat. Ach doch, sorry, sorry, alter Bekannter unserer Kategorie, Ralf Rallerangnick hat sich auch wieder vorgestellt. Ralf Rallerangnick, nach dem, nach dem dürfen wir natürlich nicht, also wir schreiben auf Ralf Rallerangnick. Den darf man auf keinen Fall vergessen, weil man weiß, wie lange der noch, man weiß, wie lange der noch auf freiem Fuß ist. Der ist ja auch komplett an der Grenze zu allem, als er so ausgeflippt ist, dass er tatsächlich diese Rudi, diese Rudi-Thematik, obwohl die Rudi-Thematik wirklich verbrieft war, dass Rudi sich wirklich mit Leipzig, mit denen in Kontakt stand. Da wollte er uns ja erstens erzählen, ja, so ein Transfer ist mir gar nicht darstellbar, weil bla bla bla, weil es ja für den armen Klamm, er beleibt sich viel zu, viel zu teuer ist, um gleichzeitig parallel Verhandlungen zu führen, wo man das Angebot für Lookman auf 24 Millionen Euro für einen pathischen Aufsteiger zu erhöhen, kann sich Rudi aber nicht leisten, verhandelt aber eigentlich mit Rudi, der aber auch mit Schalke verhandelt und Rangnick rasselt aus und benutzt dann auch das Wort, ja, das ist die Mutter aller Fake News, nur um zu denken, okay, super Begriff, Ralle, du bist am Puls der Zeit, Alter, wo du denkst, ganz ehrlich, der Typ hat, he has lost it, das ist einfach so und das wird, glaube ich, noch spannender, wenn er auf seinen, ja, geistigen Bruder, Julian Nagelsmann, trifft, die zwei, das ist, glaube ich, ein sehr explosives Duo für Deutschland, da bin ich schon sehr gespannt aufs nächste Jahr, aber die Nominierung hat er sich auf jeden Fall verdient. Grüße nach Leipzig. Das wird auf jeden Fall ganz Weltklasse für diese Lieblingskategorie hier im Podcast. Ralf Rallrangnick und Julian, der sympathische aller Nagelsmann. 390 ist für die nächsten fünf Jahre geredet. Ja, absolut. Das könnte echt großartig werden. Wenn dafür dann noch irgendwie Uli Hoeneß jede Woche oder alle zwei Wochen irgendwie so ein Zeitungsinterview gibt, dann kommen wir quasi aus dem Senden nicht mehr raus. Da haben wir noch nicht mal über Minzlaff geredet. Das ist ja ein ganz hervorragendes Triumvirat dort in Leipzig. Minzlaff, Frank, Nick Nagelsmann bauen sich wirklich ihre eigenen Werte auf. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht feiern wir in fünf Jahren keinen Silvester mehr. Grüße. Wegen den Raketen. Ja. Gehen alle Skifahren. Aber dafür fahren wir alle Ski. Genau. Gehen wir alle Skifahren. Und müssen uns Zwölfgörnerbrötchen beim Bäcker kaufen. Ach ja. Gut. Vielleicht werden in fünf Jahren auch die 24 Millionen von Lookman für wohltätige Zwecke gespendet. Ich hoffe doch. Ich bin der Erste, ich bin der Erste, der Nagelsmann daran erinnert, wenn er seinen ersten Millionenvertrag unterschreibt. Ach ja, Julian. Ja. So, Kinders. Jetzt müssen wir hier wieder mal zu ernsten Dingen kommen. Ich bin so ein bisschen aus der Übung und habe natürlich total vergessen, dass wir auch noch mal sehr intensiv über das Eintrachtspiel gegen Freiburg sprechen müssen. Die Eintracht-Podcast ist auch noch in der Vorbereitung. Ja, genau. Wobei Bastian natürlich alles Relevante dazu schon gesagt hat. Hauptsache die Eintracht gewinnt. Das ist eigentlich alles, was man zum Spiel auch mehr oder weniger sagen müsste. Freiburg ist kein schöner Gegner. Freiburg ist kein schönes Stadion. Es wird spannend. Für mich ist der spannendste Teil zu sehen, spielen Rebic, spielen Kostic. Mit was für einem System gehen wir da rein? Ich fühle mich momentan nicht in der Lage, da wirklich eine klare Aussage zu treffen und zu sagen, das ist das System, was ich da irgendwie sehe. Generell ist für mich so der Punkt, mit welcher Einstellung geht die Mannschaft da auf das Feld. Also bei Kovac haben wir immer gesagt, wir sind so der Meinung, der schafft es irgendwie so aus diesem Negativen die Jungs da irgendwie daraus so ein bisschen zu motivieren. Ich bin mal gespannt zu sehen, ob ein Hütter das auch schafft oder generell eben wie diese 90 Minuten da auf diesem Platz laufen. Ob das eher so ein nach 45 Minuten Autounfall, ich will da nicht mal hingucken Ding ist oder ob man sich entspannt irgendwie nach den 45 Minuten noch ein weiteres Bier aufmachen kann und sagen kann, war gut da eingeschaltet zu haben. Also ja, das Interessanteste finde ich und das hatten wir auch schon so ein bisschen angemerkt, dass es so ein bisschen schade ist, dass man die Aufstellung und selbst das System und die Spielweise gar nicht einschätzen kann gerade und ich das Gefühl habe, die Verantwortlichen auch noch nicht. Ich rechne eher mit so einer Kompromisslösung, dass wir so ein 4-3-3 spielen da. Also dass du quasi die Viererkette mit Williams, Abraham, Salzeli oder Costa hast im Tor aus Surano und dann hast du Hasebe allein auf der 6, dass er auch immer wieder sich zurückfallen lassen kann, dass wir wieder diese Fünferkette von früher haben. Aber eigentlich nicht. Eigentlich Viererkette, Hasebe allein auf der 6, dann hast du auf den 8er Positionen, würde ich denken, dass da Gacinovic und de Guzman spielen. Ich glaube, Toro kriegt erstmal eine Pause und dass du vorne wirklich direkt mit Kostic auf rechts spielst, Rebic links und Jovic vorne und Rebic noch ein kleines Fragezeichen, wenn er überhaupt fit ist und wenn er nicht fit ist, wird vielleicht sogar schon Müller fit sein oder er stellt dann halt um das Haller irgendwie auch noch da reingebaut wird. Ich wollte gerade sagen, könntest du dich im Fall auch in Jovic auf außen spielen lassen und ein Haller in der Mitte? Genau, aber das hängt halt wirklich davon ab, was mit Rebic ist, aber ich rechne fest damit, dass wir mit Hasebe, Gacinovic und de Guzman einen Dreier mittelfeld spielen und dann dass Kostic und Jovic auf jeden Fall vorne drin sein werden und dann entweder Rebic oder Haller und je nachdem, wenn Haller, dann verschiebt sich das halt alles nochmal. Das ist das Gefühl, was ich gerade habe und ich glaube, dass Hütter 4-4-2 sehen wir maximal ja, keine Ahnung, vielleicht sogar nach der Länderspielpause hat man immer noch zwei Wochen Zeit aber ich glaube, vielleicht auch noch später, vielleicht auch erst am zehnten Spieltag, wenn Kostet. Aber glaubst du denn wirklich, dass es direkt zur Viererkette geht? Ne, deswegen sage ich ja, dass Hasebe allein auf der Sechs spielt, dass er immer wieder, wenn du merkst, dass es zu instabil ist, dass du Hasebe immer wieder zurückfallen lassen kannst und dann hast du dadurch wieder die alte Fünferkette. Fände ich prinzipiell eine gute Aufstellung, würde ich wahrscheinlich auch so machen, aber irgendwie sagt mein Bauchgefühl mir, dass das keine Adi Hütter Aufstellung ist, aber ich hätte jetzt auch keinen Alternativvorschlag gerade. Ja, ich glaube nicht, dass er es einem bringen wird, weil er hat ja auch gegen Bayern im Supercup auch schon so einen kleinen Kompromiss probiert zu finden. Ego, der kann ja momentan... Ja eben, Kostet, ich bin gespannt, vielleicht macht er es auch sofort, vielleicht sagt er, ey, lass uns keine Zeit verlieren, wir müssen das eh üben, lieber früh anfangen, wir spielen direkt ein Vierferd-Zwei dort, also das kann ja auch sein. Es kann ja sein, dass du da wirklich direkt antanzt und da wirklich mit, ja, dass du mit Halerjovic vorne spielst, Rebic links, Kostic rechts und dann, keine Ahnung, vielleicht sogar mit Fernandes und Hasebe nur auf der Sechs, so Zerstörer-mäßig und dann mit der Vierer, das kann auch sein. Ich bin genauso gespannt wie alle. Ich hätte jetzt eher gesagt, in der Mitte Fernandes und Gacinovic. Finde ich für ein Auswärtsspiel wahrscheinlich zu offensiv. Aber klar, du hast recht, Ich glaube auch, dass es nach diesen zwei verlorenen Pflichtspielen wäre das wahrscheinlich echt ein bisschen zu offensiv, das kann ich mir an Ihnen nicht vorstellen. Dann hast du halt fast fünf Offensive. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das gleich macht. Ich glaube, der geht jetzt mit dem 4-4-3 und dann hat er mit Degusman auch jemanden, den er zur Not auf die Sechs fallen lassen kann und wieder eine Doppelsechs hat oder Hasebe ganz zurück und dann, damit rechne ich eigentlich, weil Gacinovic ja eigentlich, glaube ich, trotzdem ein Spiel, das ist auf den er baut. Deswegen rechne ich einfach mit einem 3-Mittelfeld. Ich höre eure Argumente und nehme sie als gegeben und als wichtig hin. Mein Bauchgefühl würde mir trotzdem sagen, 4-4-2 mit mit Gacinovic. Ja. Auch wenn es sehr offensiv ist, aber das wäre von meinem aktuellen Empfinden das System, was ein Adi Hütter spielt mit von Anfang an. Direkt Feuer. Wäre interessant zu sehen, wie sehr die Mannschaft das dann wirklich umsetzen kann und wie viel Erfolg es eben bringt oder nicht und welche Lehren er dann daraus zieht. Vielleicht sagt er sich auch, ja gut, mein Kompromisssystem hat auch nicht funktioniert, dann ist ja egal, ob mein Funktion, also es ist ja egal, welches System nicht funktioniert. Mit welchem ich auf die Fresse kriege, ist er am Ende das ist ja nicht so, dass er dann irgendwie eine Stabilität riskieren würde, weil die hat da ja scheinbar immer noch nicht hingekriegt, von daher vielleicht sagt er, okay, dann fange ich lieber jetzt gleich damit an, dann kriege ich den Ertrag vielleicht früher, vielleicht sehen wir es auch so, vielleicht sehen wir wirklich einen 4-4-2 schon in Freiburg und vielleicht wirklich mit Gacinovic, mit Anseba auf der Doppelsex, kann auch sein, vielleicht kriegt Gacinovic das ja hin. Ich bin genauso gespannt wie alle und das wird das wird für mich sehr, sehr interessant, aber wie wir alle schon gesagt haben, das darf man selbst wenn wir da verlieren, würde ich noch keine keine Notfackeln anzünden, sondern würde ich auch sagen, scheiße, aber weiter geht's. So sieht's aus. Was tippen wir denn, René? Ähm, 3-0 für die Eintracht. Gib ihm. Ich tippe 1-1. Ah shit, das wollte ich auch sagen. Ja, dann sag ich, äh, 0-0. 0-0? Echt? Ja, nee, nee, ich bin auch beim 1-1, komm, ist doch egal, ob ihr das gleiche tippt. Ich sag auch 1-1. 1-1, Jochen, 1-1 und ich bin der Einzige, der hier die Offensive geht. Ja gut, du spielst ja auch mit Gacinovic, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ist aber auch eine sehr solide Aufstellung. Kannst nichts gegen sagen. Richtig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir noch Empfehlungen. Ich hab mir, ähm, drei Sachen hier mal aufgeschrieben. Zum einen, das was, Basti und Marvin letzte Woche schon erwähnt haben. äh, 8. 9. War doch, glaube ich, der 8. 9. Im Eintracht-Museum. Wir zusammen mit, äh, Eintracht-Fans TV machen da eine, eine schnucklige kleine Runde. Wer kommen mag, ist, äh, herzlich eingeladen. Wir werden so ein bisschen über, ja, Saisonstart der Eintracht, äh, Pokalauslosung und so das ein oder andere, äh, mit euch sprechen. In der Tat ist so ein bisschen Überlegung, euch da vielleicht so ein bisschen mit einzubinden. Also von daher, wer Bock hat, kann da gerne vorbeikommen im Eintracht-Museum. Samstag 15.30, oder, Basti? Genau. 15.30, Länderspielpause. Damit der Phantomschmerz nicht so schlimm ist, dann bleibt der Rhythmus gleich. Damit die, damit die Eintracht-Fans auch im Rhythmus bleiben. Genau. So, dann, äh, geht ja am Wochenende die Bundesliga wieder los, wie wir ja vielleicht in den letzten anderthalb Stunden das ein oder andere Mal festgestellt haben. Und es gibt auch wieder auf Spiegel Online die Bundesliga-Experten, die, äh, den Spieltag vorhersagen oder vorhersehen oder vorherschauen oder was auch immer. Und wir dürfen da wieder mitmachen. Also wer da unsere Einschätzung nochmal lesen will, die sich über die Woche nochmal so ein bisschen vielleicht gefestigt oder verändert hat, kann das ab Freitag auf Spiegel Online tun. Und dann habe ich noch einen dritten und dann halte ich die Klappe. Wer hier den Podcast dann jetzt gleich zu Ende gehört hat und sich noch ein bisschen mit, äh, der Bundesliga und Schiedsrichtern auseinandersetzen will, dem empfehle ich das Bundesliga-Spezial zu den Bundesliga-Schiedsrichtern. Ich habe bislang die ersten 20 Minuten gesehen und es ist großartig. Ja, damit hast du mir meine Empfehlung weggenommen. Entschuldigung. Das empfehle ich auch. Und was ich immer wieder auch empfehle, das empfehle ich glaube ich jedes Jahr, das Elf-Freunde-Sonderheft zur neuen Bundesliga-Saison. Das fand ich sehr amüsant. Da sind so ein paar Side-Stories, die nicht unbedingt die offensichtlichsten sind. Die finde ich alle, war diesmal echt ein gutes Heft, was ich fast in allem weggelesen habe. Was empfehle ich noch? Ach René, du bist ja wieder da, René. Haha, jetzt habe ich es gar nicht vergessen. Ja, du weißt, wovon ich rede. Ja, natürlich, ich habe auch gewartet. Ich empfehle natürlich Leute, jetzt kann ich es vor dem René machen, damit mir hier keine Parteilichkeit vorgeworfen wird oder kein Ausgleich. Ich empfehle die Pro Evolution Demo zu spielen und ich empfehle es Leute, spielt es nicht nur einmal, weil das ist am Anfang sehr frustrierend, weil es halt sehr, sehr schwer ist. Also Leute, die sich nicht mit diesem unfassbar einfachen FIFA abgeben wollen und Herausforderungen suchen, spielt weiter im Pro Evolution Soccer. Weil es, weil alles was zählt ist auf dem Platz und nicht drum rum, sondern das Spiel muss geil sein und das ist Pro Evolution dieses Jahr definitiv wieder. Sehr, sehr realistisch alles wieder. Ja, ich bleibe Team Pro Evo und bin gespannt, was der René uns nächste Woche von der FIFA Demo erzählen wird. Jetzt stellen wir erstmal die wichtige Frage. Jochen, FIFA oder PS? Also ich finde, dass PES die geilere Spielphysik hat. Ich bin in PES aber fürchterlich schlecht und würde deswegen eher FIFA spielen, weil ich da besser bin, aber ich finde PES das bessere Spiel. Okay. Also unentschieden quasi. Sozusagen. Ein klassisches, unparteiisches Ich-bin-die-Schweiz-Antwort. Absolut. Absolut. Ich will mich da jetzt nicht auf eine Seite stellen. Ja, aber eigentlich hat er in der diplomatischen Blumen schon gesagt, dass es Pro Evolution besser ist, lieber reden. Ja, aber er hat es auf eine sehr Schweizer Art und Weise gemacht. Was am Ende bleibt, ist das, was in der Zeitung steht. Noch ein Rabe spielt Pro Evolution sogar. Ja gut, aber du weißt, Basti, du hast doch gerade eben gelernt, Fakten zählen überhaupt nichts. Da kann PES noch so lang das bessere Spiel sein. Fakten zählen doch hier einen Scheiß. Ohne Scheiß, René. Also diese Überschaltung gerade gemacht hast, Basti, die war die Mutter aller Fake News. Bäm! Gegen Ende geht's Ihnen immer richtig vorwärts. Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass die Leute lieber FIFA als Pro Evolution spielen und jetzt habe ich hier mal einen pathetischen Satz rausgehauen. Leute suchen sich immer lieber den einfachen Weg. Grüße. Ach, du, ich glaube, das ist halt, da sind wir ganz schnell in diesen ganzen Systemfragen. Ich probiere es jedes Jahr wieder mit der Demo, mit Pro Evolution und ich komme halt mit dem Ding einfach nicht zurecht. Kannst halt machen, was du willst. Ich werde mir wieder FIFA kaufen. Ich bin wieder gespannt drauf, was sich da getan hat. Ich werde wieder ein Heidengeld dafür ausgeben und am Ende des Jahres ist es dann immer noch das Spiel, wo ich am meisten Stunden reinversenkt habe. Es ist wieder das gleiche Spiel. Es ist das gleiche Spiel, aber es ist auch das Spiel, wo ich mit Abstand die meisten Stunden irgendwie reinversenkt habe. Wobei, im Oktober kommt Red Dead Redemption 2, also das könnte dann ein schwieriger Battle sein. Aber wir lassen das mal so stehen. Ich gucke mir die FIFA-Demo auf jeden Fall an und so wie es aussieht, sind auch für das Erscheinen von FIFA wieder drei Tage Urlaub fest eingeplant. So ist es halt. Jochen, hast du noch was, was du empfehlen möchtest? Außer, dass man Spocks lesen soll. Ja, also ich meine, was ja sowieso absolut auf der Hand liegt, ist Season 3, Episode 1, von 3,90 habe ich mir vorhin in den vollen 18,5 Stunden reingezogen und teilweise ist sehr gelacht. Unter anderem, weil Basti geschleimt hat und mich als einen tollen Gast für den Eintracht-Podcast angekündigt hat. Ohne den Namen zu erwähnen, wohlgemerkt. Ohne den Namen zu erwähnen. Also das war fast so ein Spoiler wie Fußball, fast so ein Teaser wie Fußball 2000. Ich freue mich und das sollte jeder hören, das war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das freut mich, dass du das sagst. Ich bin auch schon durch, wobei ich auch sagen muss, ich habe das Tippspiel wieder, wieder übersprungen. Ich kann diese Tippspiele irgendwie nicht mehr, aber der Teil bis dahin war großartig. Auch wenn der Italiener nervt. Jedes Mal wieder. Ich habe mir ja schon den ganzen Tag überlegt, was man euch noch vorschlagen kann an Wetteinsätzen. Also ich fand das mit der CSU ja hervorragend, aber 80 Euro sind natürlich schon viel. Ja, aber das hätte ich auch großartig gefunden, aber dann hätte echt Enzo verlieren müssen einen Italiener in der CSU. Das wäre weltklasse. Den Mitgliedsbeitrag, den hätte ich gerne gesehen. Ja, das ist ja bald wieder meine Regierungspartei. Das ist fürchterlich. Ich glaube wir gehen, also bis jetzt bleiben wir beim Mainzer Kids Club. Mainzer Kids Club ist gut. Ich würde mich schon freuen, wenn du ein Bild von einer Johannes-Puppe posten würdest. Bevor die Nadel trifft. Also dieses Jahr werde ich früh genug in Mainz anreisen und werde ihn treffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da werde ich alles ja versuchen. Und werde ich ihm die Bonbons aus der Hand reißen, die an die Kinder verteilt und die dann im Labor analysieren lassen. Oh nein. Aber dann müsste man vorher schon irgendwelche irgendwelche Wo-ist-Bast-Your-Red-Posts vorbereiten, wie es neulich RTL mit Joe Gerner bei GZSZ gemacht hat. Genau. Und dann twitter ich einfach eine Woche nichts. Viel Raum für Spekulationen. Also Jochen empfiehlt den Beginn von Season 3 390 und wahrscheinlich auch ungehört und unaufgenommen sämtliche anderen Folgen von der neuen Season von 390. Absolut und ich empfehle und ich empfehle den Anfang von Season 4 von Better Call Saul weil das auch schon wieder ganz hervorragend ist. Da habe ich irgendwann in Season 1 abgebrochen. Und ich empfehle jetzt auch noch jetzt schmeiße ich mit den Empfehlungen um uns. Ich empfehle die auch wenn es dem Axt nicht gefallen hat ich empfehle die All or Nothing Dokumentationreihe von Amazon Prime über Manchester City. Natürlich keine Da fand ich eure Diskussion auch sehr interessant. Keine, keine, keine muss natürlich keine investigative Doku aber so ein bisschen Insights in die Kabine von Manchester City. Ich fand es also mich hat es unterhalten und ich habe es fast in einen weggeschaut. Da muss ich auch sagen da fand ich auch deine Ausführungen haben mich mehr dazu motiviert das Ding tatsächlich mal rauszusuchen und anzuschalten anstatt die Aussagen von Axel und mich davon abgehalten hätten. Also da ging es mir ähnlich so ein bisschen wie Enzo. Ich bin gespannt was ihr sagt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken Amazon ist das oder nicht Netflix. Genau Amazon Prime. Ja hat man ja auch. Ja klar. Ja mein Gott ist das hier eine lange Liste an Empfehlungen das ist ja hier großartig. Also die die Zeit bis zur nächsten Woche liebe Hörerinnen und Hörer die kann euch ja gar nicht irgendwie ausgehen. Ihr könnt erst Bundesliga schauen dann könnt ihr die Pro Evolution Demo anspielen und euch dann doch für FIFA entscheiden dann könnt ihr 390 hören dann könnt ihr Better Call Saul anfangen zu gucken und dann noch All or Nothing zu Manchester City und dann könnt ihr quasi hier wieder einschalten nächste Woche das ist ja großartig. Und zwischendurch noch die Eintracht gucken natürlich noch die Eintracht gucken und Spocks lesen und dem Jochen auf Twitter folgen und dann kommt wahrscheinlich auch noch eine Saisonvorschau vom Rasenfunk und mein Gott ist das eine volle Woche. Was alles los ist und alles überschattet vom Fußball 2000 was immer daraus auch ist. Was auch immer das ist wir werden es vielleicht erfahren oder auch nicht. Dann würde ich sagen sind wir quasi am Ende dieser schnuckligen kleinen Familiensendung wollte ich jetzt schon gerade sagen aber das ist ja eher Bastis Spruch. Vielen Dank Jochen dass du dir die Zeit genommen hast hier mit uns über die Eintracht und über erfolgreiche Saisons und ob der Trainer raus muss oder nicht zu diskutieren. Ja vielen Dank dass ich hier sein durfte war wirklich eine Riesenehre. Ich bin ja ich habe ja Basti kennengelernt dass wir mal gemeinsam mit dem Rasenfunk da waren und seitdem ein Freund der Sendung. So muss das sein. So muss das sein. Ja dann entlassen wir euch da draußen in diese Restwoche wünschen euch ein angenehmes Fußballwochenende guckt am Freitag nochmal bei Spiegel Online in unsere Spieltagsvorschau und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder bis dahin macht's gut cord small hey ey ask ask head hey hey ask ask das report do so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.